Ja, vielen Dank. Ich freue mich total, dass ich heute Abend die Möglichkeit habe, mit euch so ein Einstiegspodium zu machen und so damit auch Lust zu machen auf die kommenden Tage. Also unser gemeinsames Ziel unserer heutigen Podiumsdiskussion ist mal Räume zu öffnen, Diskussionen zu öffnen, auch schon gemeinsam Visionen zu diskutieren, aber jetzt auch noch keine abschließenden Antworten zu geben, sondern eben auch den Boden zu bereiten. Wir haben total spannende Gäste eingeladen. Darf ich euch gleich bitten, zu mir nach vorne zu kommen? Ihr könnt euch hinsetzen, wo ihr wollt. Ich möchte gerne das Mikro behalten, ihr könnt es dann herumreichen. Wir haben jetzt hier eingeladen den Heinz Patzl, der sitzt da zu meiner Linken. Er ist der Generalsekretär für Amnesty International. Ich glaube, Amnesty muss sich in diesem Raum nicht erklären. Er misst sich eben schon seit sehr, sehr vielen Jahren vor allem für Menschenrechte ein und eben nicht nur in Österreich, sondern auf der ganzen Welt. Dann haben wir eingeladen, jemanden, um dessen Bewegung es jetzt schon ganz viel gegangen ist, den Klement Könzl von Rettet die Mur. Herzlich willkommen. Und dann haben wir noch die zwei Frauen hier neben mir eingeladen, die Nina Pohler von der HafenCity Universität in Hamburg. Sie forscht vor allem zu den Fragen der Selbstorganisierung und hat sich auch ganz viel mit unterschiedlichen Aspekten von Demokratie und auch dem, wie man da visionäre Räume eröffnen kann, beschäftigt. Herzlich willkommen. Und dann haben wir noch einen Gast aus Deutschland, aus Berlin, die Dorothea Herrlin. Sie ist aktiv bei Gemeingut im Bürgerinnenhand, also auch bei Attac Deutschland, als auch beim Berliner Wassertisch. Also sehr unterschiedlichen, also sozusagen vereint, beschäftigt sich ganz viel mit der Frage, wie man öffentliche Dienstleistungen als Gemeingut organisieren kann und damit auch dieser Frage von Privatisierung entgegentreten kann. Herzlich willkommen. Ich glaube, wir haben uns jetzt schon in sehr vielfältigen Weisen damit beschäftigt, was denn das ist, also was diese Kämpfe um Demokratisierung denn sein können, worüber wir überhaupt sprechen, wenn wir über Demokratie sprechen. Deswegen werde ich jetzt einfach darauf verzichten, nochmal so sozusagen einleiten, sondern möchte gleich in die Diskussion einsteigen, habe auch unsere Podiumsgäste gebeten, eben die Dinge, die von euch jetzt gekommen sind, aus der Runde aufzugreifen in der Diskussion. Und ich möchte aber mit dir, Heinz, anfangen, so ganz grundsätzlich nochmal das Feld aufzumachen. Amnesty ist ja sehr bekannt für seinen Einsatz eben für die Menschenrechte und für die Demokratie und eben diese Angriffe, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, vor allem auch auf diese bürgerliche Demokratie, also das sozusagen ganz klar politische Feld. Wie erlebt ihr als Amnesty diese, was erlebt ihr daran als problematisch und wie ist es auch im Verhältnis zu setzen mit Problemen, die wir international auch sehen? Danke. Vorab, hi. Und ich bin natürlich auch als Spion da, ich finde das ganz sensationell, was Attac und was ihr da auf die Beine stellt mit der Sommerakademie beim Lesen des Programms. Da habe ich mir gedacht, wieso haben wir das nicht auch? Und bin mit großer Freude gekommen. Also nein, das Workshop-Programm ist einfach sensationell. Und wir werden euch das nachmachen, um es auf den Punkt zu bringen. Ja, zur Frage. Ich habe da so zwei ganz unterschiedliche Blickwinkel anzubieten. Einerseits den Mitarbeiter einer großen, relativ großen internationalen Menschenrechtsorganisation und andererseits dann den menschenrechtspolitischen Menschen aus Österreich und Politikbeobachter, Politikmitspieler und so. Fangen wir mit dem Positiven an. Wenn ich mir Österreich im Verhältnis zum Rest der Welt anschaue, dann zitiere ich einen höchst verdächtigen für euch, für das konservative Republikum höchst unverdächtigen, Studienautor, die Boston Consulting Group, die uns gerade wieder mit viel Medienecho bescheinigt hat, dass Österreich weltweit, ich glaube nicht nur Nummer 4, sondern Nummer 3 oder nicht nur Nummer 3, sondern Nummer 4, auf einer doch recht interessanten Liste ist. Nicht nur einfach BIP oder nicht nur Wirtschaftserfolg oder sonst was, sondern Wohlstandsverteilung, Partizipation, Wohlbefinden, wenn auch finanziell natürlich primär ausgedrücktes Wohlbefinden in Österreich und ich muss, wenn ich dann nach links oder nach rechts oder nach Ungarn oder nach Nepal oder nach Bolivien oder nach, ich weiß nicht, Brasilien oder Venezuela oder irgendwo nach Afrika schaue, sagen, es stimmt leider. Also so gut, so fair, so rechtsstaatlich, so sozial, so gut krankenversorgt wie in Österreich gibt es ganz wenige Länder. Und das sollten wir nicht vergessen, bevor wir in geharnischte innerösterreichische Systemkritik einschränken, die allemal gerechtfertigt ist. Österreich erlebe ich als ein Land, das knappe 50 Jahre lang ungeheuer beeindruckend mit viel Hilfe am Anfang, siehe Marschallplan, aus einem definitiv nicht demokratischen Gesellschaft, einer völlig zersplitterten, sich bekämpfenden, zerklüfteten Gesellschaft, ein ganz ein tolles kleines Land aufgebaut hat, dem man die Überlebensfähigkeit abgesprochen hat, dem man das wirtschaftliche Überlegung abgesprochen hat, dessen Nationalität man bezweifelt hat, wir Österreicher und Österreicherinnen haben da was Tolles hingestellt. Die einen länger, die anderen kürzer und das dürfen wir nicht vergessen. Das, was mich so wahnsinnig macht, ist, dass ich zumindest seit einigen Jahren, der Punkt ist, und das ist, glaube ich, mit meiner Kernaussage dann, für mich nicht genau festmachbar, obwohl ich Politik sehr genau beobachte, unsere hohe Politik, extrem fahrlässig von diesem Rechtsstaatswohlstands-Sozialstaatsniveau abbucht. Aus Jux und Dollerei, aus parteipolitischer Opportunität, aus Profilierungssucht, oft auch nur aus Unfähigkeit, und niemand zahlt neu ein. Und die Kapitalisten unter uns, unter euch, wissen, wie es einem Konto geht, von dem man da dauernd abbucht, das ist irgendwann konkursreif. Und davon sind wir weit entfernt, aber all das, was ich an innerösterreichischem Engagement mit meinen Kollegen und Kolleginnen auf die Beine stelle, menschenrechtlich, geht um den Punkt, ich möchte nicht in zehn Jahren irgendwann einmal aufwachen, unter türkisch-ungarischen Verhältnissen leben, und mich dann fragen, und wo war der Wendepunkt? Und deswegen ist es unerträglich, wenn wir einen Innenminister haben, der mit miesesten, manipulativsten Schmähs jedes an den Haaren herbeigezogene Ereignis dazu benutzt, seine widerwärtigen, undemokratischen Law-and-Order-Parolen zu bringen. Irgendein Jugendlicher, der mit ein paar debatten Unterlagen verhaftet wird, der zu Möchtegern-Terroristen hochgestilisiert wird. Ein unzweifelhaft, psychisch total entgleister Mensch, der ein Pensionisten-Ehepaar umbringt, dann auch noch Unsinn redet bei der Polizei, der jetzt plötzlich ein belegter IS-Terrorist ist. In Hamburg, Demonstrationen, die völlig entgleiten, und ein paar aus meiner Perspektive zutiefst kriminelle, wahnsinnige, dort anfangen, die wohnviertel-eigenen Bevölkerung anzuzünden, und wohl auch ein Sicherheitsversagen der dortigen Sicherheitskräfte intensiv begleitet davon. Was tut unser Innenminister sagen? Ich habe es ja immer schon gesagt, dieses Demonstrationsrecht muss weg, und ähnliches mehr. Und es ist nicht nur der Innenminister, der ist nur die Speerspitze davon. oder Datenschutz mit diesem schwachsinnigen Argument, wer nichts zu verstecken hat, braucht auch nichts verbergen und so weiter. Warum ist Datenschutz so wahnsinnig wichtig, so menschenrechtlich formuliert, das Recht auf Privatsphäre? Wenn die da oben endlich einmal alles wissen, was wir denken, was wir tun und so weiter, dann trauen wir uns nämlich, außer wir sind sehr, sehr mertüberhaft. Nicht einmal mehr in der Wahlzelle so abzustimmen, wie es uns eigentlich naheliegend würde. Und deswegen ist es so wichtig, dass niemand mehr von uns weiß, als wir wollen und als sinnvoll ist. Also das ist lange, leider kurzer Sinn zusammengefasst, dort, wo ich uns hier in Österreich sehe, bitte passen wir auf, dass das, was wir haben, nicht völlig sinnlos kaputt gemacht wird, erstens. Und zweitens und genauso wichtig, verkennen wir bitte nicht, dass unter 99 oder 999 denen es blendend geht hier, mehr oder weniger blendend geht, wenn sie weiß, männlich, gut ausgebildet, hochdeutsch sprechend, gut ausgebildet und einen Job habend sind, oder vielleicht zumindest ein paar dieser Eigenschaften zutreffen, wenn mehrere von diesen Eigenschaften nicht zutreffen, dann wird es ganz rasch, ganz dünn in Österreich. Wenn jemand, der hier seit Jahren lebt, sei es in einem Asylverfahren oder sonst irgendwo, nicht einmal eine Leerstelle antreten darf, nicht einmal um 4,50 Euro arbeiten darf, wenn eine alleinerziehende Mutter mit drei Kindern zwar sicher nicht verhungert hier, aber ihr Kind sie selbst sicher nicht politisch partizipieren kann, dem sie einfach nahezu überall ausgeschlossen wird, und, 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 und. Wir müssen auch immer darüber diskutieren müssen, dass Menschen, die hier wohnen, zumindestens regional-lokal mitdiskutieren dürfen und mitabstimmen dürfen und Politik beeinflussen dürfen. Und weil wir Fragen aufgreifen sollen, ich hab die Frage sehr spannend gefunden, Widerstand zu messen. Ja, und wenn man also gerade den Kampf um die kleine Muhr hernimmt, ist sehr naheliegend, weil dort ist es wahrscheinlich so, dass einige, relativ wenige, mit sehr, sehr guten Gründen, total dagegen sind, dass hier noch etwas kaputt gemacht wird. Und auf der anderen Seite stehen ganz viele, denen es wurscht ist, oder die vor allem Strom aus der Steckdose haben wollen, oder so, ich würde keine Volksabstimmung über die Frage, glaube ich, machen wollen. Wenn ich es nur umdrehe und mir überlege, wie ist das mit dem von uns sehr stark betriebenen Verteidigungskampf für das Asylrecht, ich möchte die österreichische Bevölkerung nicht dazu befragen, weder im Kleinen noch im Großen, und selbst wenn ich dann Widerstand messe, haben dann die störten rechten Recken, die niemanden hier haben wollen, der nicht seit mindestens fünf Generationen in Österreich geboren ist. Wenn sie besonders laut auf die Straße gehen, die Identitären und, 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 haben die dann besonders viel Gewicht, weil sie besonders viel Widerstand haben. Also, ich glaube, wir müssen auch wahnsinnig aufpassen und die kontroversielle Botschaft, damit wir ein bisschen was zu diskutieren haben, vergesst bitte nicht, Menschenrechte sind auch ein Schutz vor Demokratie. Nicht nur ein Schutz der Demokratie, zumindest ein Schutz vor der Diktatur der 51 Prozent. Und ich glaube, wir müssen sehr gut aufpassen, dass wir als Demokratie nicht genau diese Diktatur der 51 Prozent machen. Das ist nämlich auch sehr gefährlich. Das war jetzt viel zu lang. Sorry. Ja, vielen Dank. Ich glaube, ich möchte gerne gleich so dieses letzten Teil aufgreifen und zu dir weitergehen, Clemens, weil du ja das ja, also sozusagen eurer Bewegung Rettet die Murr ja sehr konkret auch angesprochen wurde und dich auch einerseits fragen, wie diese ganze Verbauung rund um die, also um diese Debatte rund um die Verbauung der Murr hat ja eine sehr relativ lange Geschichte und auch politisch sehr hohe Bogen geschlagen in der Stadt Graz und aber gleichzeitig hat die Bewegung dagegen auch eine sehr große Breite in der Stadt bekommen und vielleicht auch aufbauend, auf das, was Heinz gesagt hat, siehst du das auch so, dass es da einige wenige Leute gibt, die aus guten Gründen sehr vehement gegen die Verbauung sind und ein ganz großer Teil der Bevölkerung, die aber das durchaus positiv sehen oder gibt es sozusagen aus eurer Sicht da ganz andere Betrachtungen? Als erstes vielleicht auch ein Dankeschön von mir, dass ich heute da sprechen darf. Ich gehe vielleicht noch einen Schritt zurück und darf ganz kurz auf die Geschichte der Bürgerinitiative eingehen, die ich heute vertreten darf. Die Bürgerinitiative Rettet die Murr hat sie vor acht Jahren gegründet aus engagierten Bürgern und Bürgerinnen in Graz, die sich gegen dieses Projekt gestellt haben oder aktiv dagegen auftreten. Es sind aber auch über 20 Organisationen dabei, wie zum Beispiel Attac oder der WWF, genauso der Alpenverein seinerzeit und der Arbeiterfischereiverein. Also es ist ein sehr großes Bündnis gewesen, was sich hier gegen dieses Projekt gestellt hat. Jetzt werden Sie vielleicht die meisten hier Anwesenden auch fragen, ja warum? Wasserkraft ist ja eine erneuerbare Energiequelle, ist alternative Energie. Ist das so schlecht? Natürlich nicht. Wasserkraft als erneuerbare Energie hat eine große Bedeutung, energiepolitisch, speziell auch in Österreich. Wir haben einen Ausbaugrad von 80 Prozent der möglichen Standorte und die Wasserkraft liefert einen wesentlichen Beitrag zur Energieversorgung. Insofern können wir jetzt energiepolitisch diskutieren, ob dieses Kraftwerk sinnvoll ist oder weniger sinnvoll und es steht auch jedem frei zu, seine Meinung dazu zu haben. Wenn wir uns aber anhand des Ausbaugrats anschauen und ein bisschen differenzierter Ebene weitergehen, sind denn alle diese Projekte, die umgesetzt werden, wirklich alle positiv oder gibt es da nicht auch negative dabei, dann würden wir aus unserer Sicht der Bürgerinitiative das Mühlkraftwerk in Graz als ein Projekt sehen, was nicht sinnvoll ist aus verschiedensten Gründen oder energiepolitisch nicht sinnvoll ist. Aus einer anderen Perspektive heraus gibt es aber die Energiewirtschaft, die diese Kraftwerke in Österreich baut, plant und eben auch dieses Mühlkraftwerk und die haben einen ganz anderen Kontext dazu. Die betreiben Energiewirtschaft, sie wollen mit der Energie wirtschaften, sie wollen Gewinne machen und die setzen jedes Projekt um, was sich wirtschaftlich darstellen lässt. Da wird die Energie, die alternative Energie als Argument gegen uns ausgespielt. Die gleichen Konzerne, die in Graz beteiligt sind an dem Mühlkraftwerk, haben vor wenigen Jahren das größte Gaskraftwerk Europas hingestellt. Mit kalorischer Energie sind beteiligt an ausländischen Konzernen, die Atomkraft betreiben. Also man versucht hier argumentativ eine Energieform gegen die andere auszuspielen mit dem Hintergrund, dass man Energiewirtschaft betreiben will. Und da darf ich vielleicht gleich anknüpfen an das Thema des heutigen Abends. Das ist schon das Erste aus dem Demokratieverständnis heraus kritisch zu betrachten, dass die Energiewirtschaft abgekoppelt ist von der Energiepolitik, weil die Energiewirtschaft in Wahrheit die Entscheidungen trifft, welche Projekte sie plant, welche Projekte sie einreicht und die Politik nicht mehr macht, als zuzuschauen beziehungsweise über Förderungen auch kritische Kraftwerke in die Wege zu leiten. Wir haben hier in Graz ein Kraftwerk, was aus unserer Sicht sehr viele Nachteile bringt und wenig Nutzen, weil es relativ wenig elektrische Energie bringt. Es sind einige dieser Nachteile offiziell bestätigt worden in der Umweltverträglichkeitsprüfung. Wir sehen ökologische Nachteile auch für die Stadt Graz und die Gesellschaft. Es ist aber auch ein wirtschaftlich-kritisches Projekt. Und jetzt stellt man sich die Frage, warum man gerade ein Projekt, was aus diesen Aspekten heraus kritisch betrachtet wird, aber in der Bevölkerung sehr kritisch ist, was die Gesellschaft in Graz durchaus spaltet, warum man das so stark in die Umsetzung bringen will. Und wir sehen das, und das ist der zweite Anknüpfungpunkt, wir sehen das als undemokratisches Projekt dahingehend, weil die politischen Verhältnisse in Graz unserer Meinung nach nicht den politischen Verhältnissen oder Meinungen in der Bevölkerung entspricht. Wir glauben, dass das Murkraftwerk nicht diese Zustimmung in der Bevölkerung hat, wie sie in Graz von ÖVP, FPÖ und SPÖ betrieben wird, mit einer beinahe Zweidrittelmehrheit in der Stadt Graz. Das war der Grund, warum wir schon vor Jahren eine Volksbefragung angekündigt haben und diese auch versucht haben, in die Umsetzung zu bringen, nachdem bereits eine Volksbefragung von unserem Bürgermeister Nagel angekündigt wurde, zurückgezogen wurde. Es hat Anträge gegeben in den Gemeinderat, also es hat von politischer Seite ganz viele Möglichkeiten gegeben, die Bevölkerung zu befragen, zu einem Projekt, was einfach sehr kritisch ist, wo es ja auch keine Eile gibt. Man kann dieses Projekt ja auch nach einem langen Diskussionsprozess in fünf oder zehn Jahren noch in die Umsetzung bringen. Die Volksbefragung ist aus unserer Sicht sowohl politisch als auch von der Verhaltung in der Stadt Graz und im Land Steiermark vehement bekämpft worden und da schließe ich schon an an den zweiten kritischen Aspekt, warum dieses Projekt undemokratisch ist. Wir würden uns erwarten als Bürgerinnen und Bürger einer Stadt, dass die Verwaltung und die Politik uns unterstützt dabei, demokratische Prozesse zu initiieren, egal wie sie denn auch ausgehen. Eine Volksbefragung kann ja auch gegen unsere Interessen ausgehen, wir hätten die akzeptiert. Tatsächlich war es so, dass die aktiv gegen uns gearbeitet haben und das Präsidialamt, was direkt am Bürgermeister untersteht, eine Fragestellung genehmigt hat, ursprünglich die gestern vom Verwaltungsgerichtshof widerlegt worden ist. Das heißt, wir haben demokratische Institutionen oder Institutionen in unserer Demokratie, die nicht mehr den Interessen oder in diesem Fall nicht den Interessen der Bürgerinnen und Bürgern dient, sondern den Interessen der Energiewirtschaft, die wie gesagt abgekoppelt ist von der Energiepolitik. Magst du es vielleicht erst einmal da belassen? Du hast ja noch einmal eine Möglichkeit, noch einmal was anzufügen. Okay, dann werde ich dann weiter schließen. Ja, gut. Dorotera, darf ich zu dir kommen? Vielleicht, dass wir jetzt so ein bisschen noch einmal den Fokus auf ein anderes Thema lenken. Vorher ist in der Debatte gekommen, also in den Stimmen aus dem Publikum, ja, dass es für eine wirklich umfassende Demokratisierung ja auch das Infragestellen dieses Begriffs des bürgerlichen, also dieses bürgerlichen Eigentums braucht. Das ist ja etwas, was ihr auf eine gewisse Weise auch tut. Und deswegen meine Frage auch an dich, also das ist das, was der Berliner Wassertisch und auch Gemeingut in Bürgerinnenhand tut, ist ja sehr stark diese Privatisierung in Frage zu stellen. Und das eint uns ja auch mit diesen, das ist ja auch eines der Kernthemen von Attac. Und deswegen möchte ich dich auch fragen, welche aktuellen Herausforderungen ihr da gerade erlebt in euren Kämpfen und auch, ob du etwas erzählen kannst eben über die Erfolge auch des Berliner Wassertischs. Okay, vielleicht ganz kurz zu meiner Vorstellung, ich sitze hier als Zwitter, denn einerseits bin ich Gründungsmitglied des Berliner Wassertischs und wir haben erreicht, dass 2014 die Berliner Wasserbetriebe wieder rekommunalisiert wurden. Das war ein Riesenerfolg der weltweit. Auf der anderen Seite habe ich die Organisation Gemeingut in Bürgerinnenhand später auch mitgegründet und wir haben gerade eine mindestens vorläufige Niederlage einstecken müssen, weil wir gekämpft haben seit zweieinhalb Jahren gegen die Privatisierung unserer Autobahnen und am 1. und 2. Juni ist das leider die Grundgesetzänderung entsprechend durch den Bundestag und durch den Bundesrat beschlossen worden. Ich will mir vielleicht soweit sagen, meine Mitgliedschaft in Attac verstehe ich so ein bisschen als die Klammer von beiden und ich glaube, da haben wir heute nicht die Zeit, aber generell ist es für uns auch sehr wichtig zu überlegen, wie wir mit Erfolgen, aber auch mit Niederlagen umgehen. Dazu komme ich aber lieber nochmal später. Aber erstmal zu dem Erfolg. Die Berliner Wasserbetriebe sind und waren europaweit die größten Wasserbetriebe und sie wurden 1999 teilprivatisiert. Heute nennt man das Public-Private Partnership, öffentlich-private Partnerschaft. Das erkläre ich vielleicht nochmal ein bisschen später. Auf jeden Fall wurden die 1999 an Veolia und RWE zu 49,9% verkauft unter unmöglichen Bedingungen, das heißt für 30 Jahre und mit einer Gewinngarantie von mindestens 10% aufs laufende Kapital und es gab und das Ganze war ein Geheimvertrag. Das ist typisch übrigens für alle PPP-Projekte. Sie sind immer geheim. Und wir haben 2006, ich will mal sagen 2004 hat eine kleine Attac-Gruppe in Berlin angefangen, sich damit zu beschäftigen und als wir gemerkt haben, wir Attacis schaffen das nicht alleine, haben wir eine Versammlung gemacht und haben 2006 ein Berliner Wassertisch gegründet. Und wir haben dann einen Volksentscheid angestrebt, nur, möchte ich mal sagen, für die Offenlegung der Verträge. Und dafür haben wir fünf Jahre gebraucht. Und als wir angefangen haben, hat eigentlich keiner geglaubt, dass wir das schaffen, weil bis dahin Berlin überhaupt kein Volksentscheid gewonnen hatte, obwohl es einen gab, der mit schweren Geldern der CDU und ähnlichen gemacht wurde. So, fünf Jahre haben wir gebraucht und 2011 haben wir tatsächlich diesen Volksentscheid gewonnen. Das heißt, die Verträge mussten offengelegt werden. Es war der erste Volksentscheid in Berlin, der überhaupt gewonnen wurde. Das betone ich hier nochmal so stark, weil der Volksentscheid ein Instrument der direkten Demokratie ist. Ich unterscheide immer ganz gern zwischen direkter Demokratie und parlamentarischer. So, da haben wir einen ganz großen Sieg davongetragen und dadurch haben wir unsere Politiker so unter Druck gesetzt, dass sie 2012 die Anteile von RWE zurückgekauft haben, 2013 die von Veolia und seit 2014 sind die Berliner Wasserbetriebe wieder zu 100% in der öffentlichen Hand, das heißt, rekommunalisiert. Aber ich muss dazu sagen, wenn ein öffentliches Gut wieder in öffentlicher Hand ist, heißt das noch lange nicht, dass sie deswegen demokratisch sind. Und der Preis für den Rückkauf der Anteile an RWE und Veolia orientierte sich an dem Vertrag von 30 Jahren, das heißt, Berlin hat den beiden Konzernen den Gewinn bis 2028 bar auf den Tisch gelegt. Und deswegen war der Preis natürlich viel zu hoch. Und wir haben damals eine Aktion gemacht, wir haben im Abgeordnetenhaus Zettel runtergeschrieben, hier goldener Handschlag für RWE, dafür durfte ich dann ein Jahr lang nicht mehr ins Berliner Parlament, war auch nicht so schlimm. Und wir standen dann auch vor dem Abgeordnetenhaus mit einem Transparent, nach Rekommunalisierung, Demokratisierung. Und ein rekommunalisierter Betrieb ist noch lange nicht das, was wir wollen als Wasserbewegung, denn wir möchten Wasser als Gemeingut. Und das ist nochmal was ganz anderes. Und deswegen gibt es uns als Wassertisch immer noch und sind wir sehr stark noch damit beschäftigt, aber auch die internationale Wasserbewegung übrigens. Was heißt es, dass ein öffentliches Gut Gemeingut ist? und ihr schreibt hier in eurem Programm, wir müssen nicht nur die Angriffe auf Demokratie abwehren, sondern auch an grundlegende andere Perspektiven arbeiten. Den ersten Punkt haben wir in Berlin ein Stück weit gebracht, den zweiten noch lange nicht. Das heißt, da ist noch eine Menge zu tun. So viel erstmal vielleicht zu unserem Erfolg. Soll ich noch ein Wort zu Gib sagen oder später? Versuch es nochmal kurz zu erklären, aber du hast uns, Nina, glaube ich, schon viele Stichworte gegeben, das ist sehr schön. Also Gib Gemeingut in Bürgerinnenhand wurde übrigens gegründet, weil wir alle Attacis sind, aber der Meinung war, dass Attac sich um das Thema Privatisierung, Ausverkauf der öffentlichen Güter zu wenig kümmert. Deswegen haben wir einen eigenen Verein gemacht, aber wir arbeiten so weit wie möglich mit Attac immer zusammen, das ist ja nun mal klar. Und wir haben vor zweieinhalb Jahren ist uns bekannt geworden, dass unser damaliger Wirtschaftsminister Gabriel die marode Infrastruktur, die ist tatsächlich in Deutschland sehr zu Schanden geritten worden, dass er die sanieren wollte durch auch die Gründung einer Infrastrukturgesellschaft. Und dazu sage ich vielleicht lieber nochmal, das heißt später was, das heißt die Autobahnen und einige Fernstraßen als PPP den Versicherungen und Banken als Anlehrlageprojekt anzubieten. Und das haben wir seit zweieinhalb Jahren führen wir bei GIP eine große Kampagne dagegen und ich habe vorhin schon gesagt, leider wurde es trotzdem erstmal beschlossen, aber ich sage erstmal, weil wir natürlich nicht aufgeben und noch alles ausloten, was vielleicht noch möglich ist. Ja, vielen Dank. Nina, ich glaube, Dorothea hat ja schon ganz klar gemacht, also Rekommunalisierung ist noch keine Demokratisierung dieser Betriebe und das ist ja etwas, wo du dich sehr stark damit beschäftigst, wie kann denn das auch wirklich funktionieren, dass Betriebe auch kollektiv verwaltet werden, da auch Entscheidungen gemeinsam getroffen werden und ich glaube, das ist auch etwas, wo wir selbst in unserer Bewegung und auch immer wieder vor großen Fragezeichen stehen und ich würde mich freuen, wenn du uns sozusagen auch etwas erzählen kannst über diese Bewegung rund um selbstverwaltete Betriebe, was das auch für international schon für Dimensionen angenommen hat und auch etwas, was so die zentralen Anliegen, aber auch Herausforderungen dieser Betriebe sind. Okay, danke. Vielleicht fange ich mal so an, dass es gibt ja nicht nur kollektive Betriebe, also wenn wir quasi darüber reden, was ist Demokratisierung und was brauche ich noch mehr, außer die Rekommunalisierung, dann geht es ja quasi um die Frage, wie kann ich selbstverwaltete Strukturen schaffen, wie kann ich Strukturen schaffen, wo alle Menschen, die von einer bestimmten Sache betroffen sind, sich gemeinsam beteiligen können und ich schaue mir in meiner Dissertation, in meiner Doktorarbeit, schaue ich mir eben selbstverwaltete Betriebe an, weil ich mir gedacht habe, dass quasi der Bereich der Lohnarbeit ist der Bereich, wo leider die meisten Menschen den Großteil ihrer Zeit damit verbringen, dass sie Lohnarbeiten gehen und ich wollte mir eben anschauen, wie kann das eigentlich funktionieren und was macht es eigentlich für einen Unterschied, wenn ich quasi in meiner Lohnarbeit oder in der Arbeit, die ich hier bringen muss, um mich ernähren zu können, die Möglichkeit habe, mich wirklich tagtäglich einzubringen und ich glaube, dass das so Erfahrungen sind, die, wenn wir über Demokratisierung sprechen, ganz wichtige Erfahrungen sind und es sind aber auch Erfahrungen, die immer wieder klein geredet werden und die immer wieder angezweifelt werden. Also bei mir ist es zum Beispiel so, jedes Mal, wenn ich Menschen davon erzähle, dass ich selbstverwaltete Betriebe erforsche, dann wollen sie sofort mit mir darüber reden, aber meistens, um gleich mal abzuprüfen, ob ich genauso wie sie der Meinung bin, dass das ja eigentlich nicht funktionieren kann. Also wenn ich so, das ist wirklich immer ganz spannende Direktion, die erste Frage ist dann meistens so, arbeiten die dann auch wirklich alle, also wenn es da keine Kontrolle gibt, die zweite Frage ist dann meistens so, und wie funktioniert es, die streiten sich dann doch alle, oder, und dann sitzen sie doch stundenlang da und können sie nicht entscheiden und so. Genau, und dann ist die dritte Frage, wenn ich erklärt habe, nein, funktioniert eigentlich ganz gut, dann wird sofort davon ausgegangen, dass das dann vielleicht doch ein profitorientiertes Unternehmen ist. Das heißt, es gibt da wirklich ganz viele Zweifel, ob sowas überhaupt funktionieren kann, und ich glaube, der Grund, wieso es da so viele Zweifel gibt, ist, weil wir normalerweise in unserem Leben nur ganz selten diese Möglichkeit überhaupt haben, zusammen mit anderen Menschen an einem Projekt zu arbeiten, und da eben auch diese Erfahrung zu machen, dass das funktionieren kann und dass man da zusammen mit anderen Menschen auch wirkmächtig werden kann. Und weil du das gerade angesprochen hast, Juliane, was es so gibt, oder so, ich habe mir so Zahlen aufgeschrieben, eine Zahl, die ich total spannend finde, ist, die ist leider schon wieder Geschichte, und zwar ist das eine Zahl aus Deutschland, und da ist es so, dass es Mitte der 80er Jahre gab es in Deutschland noch, gab es eine Studie, da wurden 400 Alternativprojekte gezählt, in denen 24.000 Menschen beschäftigt waren, das heißt, es gab quasi in Deutschland gab es so eine Phase, da kam aus der deutschen Alternativbewegung, gab es so eine Gründungswelle von Kollektivbetrieben, das Problem bei denen war leider, dass die das in einer Zeit gemacht haben, in der das wirtschaftlich einfach prinzipiell nicht so gut ausgeschaut hat, und dass viele Kollektivbetriebe auch wieder zusperren müssen, weil die auch teilweise ganz schlecht finanziert waren, das ist oft ein Problem von Kollektivbetrieben, die bekommen nicht so leicht Kredite, die sind einfach von Anfang an viel schlechter finanziert, das ist eine Zahl, die Geschichte ist, ich habe eine Zahl, die ist keine Geschichte, und die ist aus Spanien, und das ist so, das ist eine Zahl von 2015, das ist so, dass es in Spanien gibt es gerade 18.000 Betriebe, die den Arbeitnehmerinnen gehören, oder den Arbeiterinnen, und in denen arbeiten insgesamt 300.000 Grundmenschen, und das ist halt schon nochmal eine ganz andere Zahl, woran man auch sieht, dass es vielleicht auch etwas mit dem Kontext zu tun hat, in dem man sich gerade befindet, und wie viele von diesen Betrieben es gibt, ich habe noch eine Zahl, die ist aus Großbritannien, und da ist es so, dass es in Großbritannien gibt es eine Genossenschaftsbewegung und Kultur, die ist sehr viel stärker als in deutschsprachigen Ländern, und ist nicht so stark wie in Spanien, aber da gibt es im Moment 403 Kollektivbetriebe in Eigentum und Hand von Arbeiterinnen, genau, und ich finde, anhand von dieser Frage, Kollektivbetrieb kann das funktionieren oder nicht, was halt immer ganz spannend ist, und was überhaupt bei so selbstverwalteten Projekten total spannend ist, ist, dass sobald sie da sind, ist es für alle Leute total selbstverständlich, wenn sie nicht da sind, glauben immer alle Leute, dass das eine ganz komische, utopische Vorstellung ist, und überhaupt nicht funktionieren kann. Dazu würde ich gerne noch ein Beispiel bringen, ich komme nämlich aus Hamburg, und Hamburg ist gerade wegen ganz anderen Dingen in den Medien, aber eine Sache, die in Hamburg total erstaunlich ist und die mir auch lange gar nicht klar war, wie toll das eigentlich ist, ist, dass es in Hamburg unzählige selbstverwaltete Kulturzentren, Bars, Kneipen und Gruppen gibt, was eine ganz tolle Auswirkung auf die politische Szene in dieser Stadt hat, weil es gibt immer irgendwelche Räume, wo Menschen sich treffen können, um miteinander zu reden, und ich habe das, am Anfang des Jahres habe ich das erlebt, da hatten wir zwei Aktivistinnen aus Toronto da, die wir alles so eingeladen haben, weil wir es so spannend gefunden haben, was die Leute in Toronto eigentlich machen, und wir haben mit denen so einen Workshop gemacht im Gängeviertel, ich weiß nicht, ob das Gängeviertel ein Begriff ist hier, das ist so ein riesiges Zentrum, das sich quasi Künstlerinnen zusammen mit politischen Aktivistinnen erkämpft haben vor ein paar Jahren, und ich sitze halt so mit den Beinen da drinnen und wir bereiten eine Diskussion vor und sie machen halt überall Fotos und erzählen mir, wie toll sie das finden, dass es in Hamburg diese Orte gibt, weil in Toronto glaubt ihnen das niemand, weil wenn man sich in Toronto treffen will, also wenn eine Gruppe sich treffen will, um zu reden, dann müssen sie das immer in ihren Privaträumen machen, weil es da überhaupt nicht die Möglichkeit gibt, sowas zu machen. Und das finde ich halt so spannend an dieser Frage von Kollektivbetrieben, aber halt auch selbstverwalteten Zentren, das ist etwas, was total gut funktioniert, was eigentlich überhaupt nicht schwierig ist, aber überall dort, wo es das nicht gibt, wirkt es auf die Leute immer so, das wäre das was ganz Utopisches. Okay, danke. Ich möchte jetzt noch eine zweite Runde auf dem Podium machen, würde euch aber jetzt schon einladen, auch nachzudenken, ob ihr denn welche Fragen auch selber stellen wollt oder auch, ob ihr selber ein kurzes Statement machen wollt, also das schon mal vorzubereiten, aber ich würde dich Heinz jetzt gerne nochmal fragen, Nina hat jetzt sozusagen uns auch die Leichtigkeit da hineingebracht, sozusagen es zu einer Demokratisierung von unten, die ja selbstverwaltende Betriebe ein ganz wesentlicher Schritt dazu sind, ist etwas, das gibt es, das funktioniert auch und wird zur Selbstverständlichkeit. Aber jetzt auch nochmal so eine Frage an Amnesty, wir hatten es vorher in dieser Diskussion, diesen Beitrag, dass jemand gesagt hat, also Demokratie bedeutet auch Stimme für die Stimmlosen zu sein, ich denke etwas, was so das Kernthema von Amnesty ist und hier auch nochmal meine Frage, was ist denn auch die Vision, wie eine Demokratie aussehen soll, du hast jetzt sehr viele Fragen an die Demokratie in der ersten Runde gestellt, die ich auch gerne nochmal irgendwie so kritisch diskutieren möchte, aber vielleicht auch, ob du nochmal in so eine Frage, also in eine Vision suche hineingehen kannst. Also außer, dass wir in unseren fünf Prinzipien nach innen eines davon Demokratien der Organisation ist, wo man einige Fragezeichen dazu machen kann, ich erlebe Amnesty manchmal auch als ziemlich hierarchisch, ja auch aus einer natürlich privilegierten Vogelperspektive, wir arbeiten nicht zur Demokratie, also ich bin wirklich kein Experte dazu, wir werden nur manchmal furchtbar beschimpft, mit wem wir denn überall reden und das ist mit einer der Gründe, warum wir nicht zur Demokratie arbeiten, wenn man mit gleicher Selbstverständlichkeit mit der Hamas, mit der TAC, sorry, mit, oh Gott, mit der PKK, so, das war jetzt der Freud, bis zum Umfallen. Also, wenn man mit der Hamas und PKK redet, was natürlich aus vielen Perspektiven ganz indiskutabel ist und selbstverständlich auch versucht, mit einem Herrn Ordergan oder einem Herrn Orban in irgendeiner Form in einer, wenn auch kritischen Kommunikation zu sein, fragt man besser nicht, wie diese diversen Mächtigen legitimiert sind oder umgekehrt, also selbst mit sehr beschränkten oder sehr bürgerlichen Vorstellungen von dem, was Demokratie ist, wäre die Anzahl an Regierungen, mit denen man weltweit agieren kann, wenn man sich auf wie auch immer demokratisch legitimierte beschränkt, das wäre eine ziemlich endenwollende Geschichte, einer der vielen Gründe, warum ich einfach kein Demokratieprofi bin. Ich habe es vorhin schon ein bisschen anklingen lassen und wann immer ich höre in Österreich, wir wollen mehr direkte Demokratie haben, dann habe ich eher Angst als Freude, aber ich glaube, das hat vor allem mit unseren Arbeitsthemen zu tun, wo Fremde vorkommen, wo Asylwerberinnen, Asylwerber vorkommen, wo wir uns angeblich laufend für Verbrecher einsetzen, stimmt nämlich für deren Menschenrechte, aber nicht für den, der ein Verbrechen begangen hat, der nach unseren Vorstellungen hinter Schloss und Ring gehört, wir versuchen sehr viel auch für die Betroffenen von Menschenrechtsverletzungen uns zu engagieren, also ich glaube, wir wissen schon, was es heißt, auch aus einer Position der Schwäche zu reden, ich habe keine Patentlösung davor, ich versuche mir wirklich darauf hinzuweisen, passen wir ganz gut auf, dass wir, wenn wir über Demokratisierung und eine Mehrandemokratisierung sprechen, nicht in diese Riesengefahr einer 51% Diktatur hineinkommen. Und ich denke, also auch auch Sie als Bürgermeister, den man also wirklich mittlerweile quer durch Österreich kennt, hält, oder eh auch einer vom System, natürlich nicht, klar einer vom System, aber einer, der was daraus macht. Also was es heißt, Sie als Bürgermeister in Niederösterreich, im Großfürstentum Bröll, bis vor kurzem, gegen TTIP aufzutreten, oder gegen die Wirtschaft aufzutreten, ich kann mir das ganz gut vorstellen, ich freue mich nachher, wenn wir darüber plaudern können. Und umgekehrt, wenn wir, das kam auch vorhin, vielleicht noch ein Fetzen, ich habe keine Lösung, ich habe nur Fragen. Und Regionalisierung, also ganz lokal funktioniert das super. Ich glaube, wenn 100, 500.000 Menschen miteinander versuchen, eine Gemeinde möglichst gut zu machen, das kann ich mir hervorragend vorstellen. Und spätestens in der Regionalisierung, wer tragt die Stimme in die Region? Ausgelost oder die Eloquentesten, die die am besten argumentieren können, die Heinz Batzels, die dann nicht demokratisch oder vielleicht doch nicht demokratisch legitimiert sind, die dann aber erst wieder eine Elite bilden, wie schützt man sich davor, dass diese Elite zu ihren Gunsten oder zumindest nicht zu ihrem Nachteil arbeitet? Will ich eine Autobahn haben, wenn ich nach St. Pölten fahren will ich schon am Abend? Natürlich. Halte ich das für völlig bescheuert? Natürlich auch. Also, wo endet was? Selbstverwaltung ganz großartig. Wer übernimmt aber dann die Verantwortung, wenn es schief geht? Eins habe ich nämlich auch gelernt. Kollektive oder das Plenum, das ist niemand mehr countable. Und das ist wichtig, weil sonst traut sich ja keiner mehr, auch nur eine Stimme abzugeben oder eine Hand zu heben oder auch nur eine Position zu beziehen. Aber das hat auch ganz erhebliche Gefahren in sich. Wir haben gerade einen ganz großen Veränderungsprozess bei Amnesty, wo wir vieles in Frage stellen und ähnliches mehr. Da geht es um Accountability und um Zuständigkeit und Subsidiarität. Was soll in der Region, was soll im Staat passieren, im einzelnen Land, was soll bei der einzelnen Amnesty-Struktur, in der einzelnen Amnesty-Gruppe sein und wofür braucht es die Entscheidungen oben, die gemeinsamen? Das ist nicht, also das ist verdammt schwer zu beantworten, selbst in einer Gemeinschaft von ein paar hunderttausend, also zutiefst über die Menschenrechte miteinander verbundenen Menschen. Da geht es plötzlich um Stimmgewichte und ich gebe Ihnen nur ein einziges Beispiel. Es gibt ein großes Amnesty-Parlament, das alle drei Jahre tagt, wo wir ein Stimmrechtssystem haben, das schon abgestuft ist mit eins, zwei, drei, vier Stimmen, aber ganz stark disproportional, selbst die 100-Leute-Struktur aus irgendwo, nennen wir Afrika oder auch nur Osteuropa, hat eine Stimme und alle Amnesty-USA-Mitglieder haben sechs Stimmen. Und auch selbst das wird als total undemokratisch empfunden. Unsere kleinen Strukturen laufen derzeit mit dem Schlachtruf One Section, One Vote herum und die Größeren sagen, halt, wir sind doch eine People-Based Movement. Wo finden wir uns dann? Und das ist eine spannende Frage und nicht leicht zu beantworten. Also, um es jetzt nicht zu theoretisch zu machen, aber Demokratie hat sehr, sehr viele Gesichter, Mitreden ist immer wichtig, über sich selbst bestimmen können, das Wertvollste von allem anderen, aber die Technik ist nicht einfach zu lösen. Okay, danke. Ich glaube, du bist wirklich hier unser Mahner, der uns immer wieder daran erinnert, dass es nicht nur, also sozusagen, dass auch wir die Lösungen nicht gepachtet haben, aber vielleicht, ich glaube auch, also ihr beide habt sehr viel Erfahrungen in sozialen Bewegungen, in dem auch, wie man intern wirklich andere Strukturen aufbauen kann und wie man damit auch erfolgreiche Kämpfe gewinnen kann. Darf ich das Mikro nochmal haben? Dorothee, vielleicht möchtest du uns da aus deiner Erfahrung etwas erzählen. Ja, ich wollte vorhin schon, weil auch aus dem Publikum die Frage nach Stimmen kam, was dazu sagen. Ich denke, wirkliche Demokratie klappt nur im Konsens und kann nicht im Auszählen von Stimmen bleiben. Was nicht heißt, dass wir im Augenblick in der parlamentarischen Demokratie, die wir haben, das nicht umsetzen können. Aber wir können erst mal bei unseren eigenen Gruppen anfangen. In unseren Gruppen, wir arbeiten mit Konsens und Attac arbeitet auch mit Konsens. Mindestens in Deutschland ist das Prinzip, obwohl es auch immer wieder in Frage gestellt wird. Weil Konsens heißt, dass man sich die Zeit nimmt, die Sachen so lang zu diskutieren, bis alle, die mitdiskutiert haben, das Ergebnis tragen. Eine Mehrheitsentscheidung kann heißen, dass 51 Prozent etwas beschlossen haben und 49 Prozent ausgeschlossen sind und deswegen der Sache nicht mittragen. Und das schwächt jede Bewegung. Und es gibt Ansätze, es gibt in Venezuela eine Kooperative, da arbeiten 2000 Mitarbeiter, sie haben noch andere angeschlossen, sie machen in ihrem Supermarkt einen Umsatz an drei Tagen von 300, nee, von 700.000 Dollar, um mal die Größe zu sagen, die entmachen alle Entscheidungen und das seit 30 Jahren im Konsens. Drei Tage die Woche diskutieren sie und drei Tage verkaufen sie. Das ist möglich. Ich kann das nur euch ernstens empfehlen und da werde ich noch mal ein bisschen den Kontakt dazu herstellen. Das ist unglaublich und es lohnt sich, sowas sich auch mal anzusehen. Aber wir sind ja nicht so groß, aber der Wassertisch und ich denke, unsere Gruppen sollten alle nicht hierarchisch arbeiten und im Konsens entscheiden. Natürlich gibt es in den Gruppen immer die, die besonders viel reden und auch mehr Bücher gelesen haben und die haben oft ein höheres Ansehen als die anderen. Aber ich bringe sehr gerne ein Beispiel aus unserem Wassertisch. Wir haben eine Frau bei uns, die ist über 70 und die wacht immer ganz früh auf und deswegen, wenn bei den Sitzungen abends, wenn dann die langen Reden kommen, ich möchte nicht sagen nur von Männern, aber die machen das besonders gerne lange, dann schläft die ein. Und insofern hat die bei manchen überhaupt kein Ansehen. Wenn ich aber diese Frau anrufe und sage, Karin, morgen müssen wir vor dem Abgeordnetenhaus stehen, kannst du heute noch ein Transparent machen nach Rekommunalisierung, Demokratisierung, dann macht sie das. und sie ist diejenige, ihr habt sicher schon viele Fotos gesehen von Attac Deutschland, die macht Riesenpuppen. Das heißt, diese Frau ist in der Lage, etwas umzusetzen und ist in unserer Gruppe meiner Meinung nach genauso wichtig wie diejenigen, die die Analysen machen und die langen Reden. Und genau das ist wichtig für jede Gruppe, weil nur so, wenn man akzeptiert, dass jeder nach seinen Fähigkeiten sich für eine gemeinsame Idee einsetzt, dann bekommt man was zusammen gut hin. Vielleicht, darf ich noch ein bisschen zu meinem ideologischen Hintergrund möchte ich jetzt mal kurz was sagen. Und zwar, wir Attacys, wir haben ja eigentlich auch immer den Blick über den nationalen Tellerrand und ich war oft auf Weltsozialforen und auf globalen Wassertreffen und habe da sehr viel gelernt. Und in Argentinien bin ich auf eine Gruppe gestoßen, die nannte sich Collectivo Situaciones, so viel versteht ihr auch noch. Und die haben viele soziale Kämpfe untersucht und haben die These aufgestellt, jeder Kampf, jede Erhebung ist einmalig. Es gibt nicht, wie die traditionelle Linke das gerne immer wieder macht, dass einige Vorplanen anleiten und sich nachher wundern, dass nichts passiert, wie eine Lokomotive, der die Wagen verloren gegangen sind. Das haben sie untersucht. Und naja, nun könnt ihr sagen, das ist ja eine Aufforderung zum Nichtstun. Aber das ist natürlich überhaupt nicht der Fall. Und ich habe einen geistigen Mentor, das war der Professor Agnoli aus Berlin und der hatte folgende Theorie, er fragte, was machen wir in Zeiten des Winters? Ja, wir sind ja oft leider in Zeiten des Winters. Da sagt er, da sind wir die Maulwürfe und wir buddeln so lange, bis irgendwann die Sache zusammenkracht. Und ich persönlich bin absolut Maulwurf und hoffe, dass hier viele Maulwürfe sitzen. Und nach dieser Logik kann ich vielleicht nachher nochmal sagen, warum wir beim Wassertisch gewonnen und bei GIP erstmal verloren haben. Aber ich denke, solche Gedanken sind auch ganz wichtig für uns als Bewegung, dass man, weil wir ja alle so ein bisschen dieses normale Erfolgsdenken im Kopf haben, aber das ist nochmal so ein bisschen andere Herangehensweise. Klemens, möchtest du uns vielleicht auch so aus deiner Erfahrung rund um die Sozial- also um diese Bewegung gegen das Moorkraftwerk und auch was euch quasi so erfolgreich gemacht hat, auch diese Frage nochmal an dich. Ja, gerne. Ich möchte vielleicht anschließen an die Dorothea. Du hast ja diesen Konsens ganz stark hervorgehoben und ich glaube, den braucht es auch in der Gesellschaft und der Demokratie. Die Dorothea hat den Konsens hervorgehoben und ich glaube, das ist ganz wichtig für demokratische Gestaltung in unserer Gesellschaft. Dafür braucht es auch eine lange Diskussion und dafür braucht es aber auch Information für die Bevölkerung. Und wenn wir heute die Tageszeitungen in den steirischen Regionalmedien durchlesen, dann sehen wir unsere politischen Vertreter, die darüber jubeln, dass ein demokratisches Instrument, nämlich die Volksbefragung, nicht angewandt wird und da hätten wir in Graz zumindest in Bezug auf dieses Projekt ja durchaus zu einem Konsens kommen können. Ich sehe das vielleicht in einem Kontext auch mit einer globaleren politischen Lage, wenn wir uns anschauen, was passiert in der Türkei oder was passiert auch mit Trump. Ganz ein wesentlicher Faktor für die Gestaltung der Gesellschaft oder für ein verantwortungsvolles Zustandekommen eines Konsens hat die Medienlandschaft nicht nur bei uns in Österreich, sondern auch eben in der Türkei oder in den Vereinigten Staaten oder in Frankreich, ist egal. Und das bereitet mir vielleicht aktuell am meisten Sorge. Ich sehe einfach, dass die Medien immer weniger Ressourcen zur Verfügung haben, Themen sauber auszuarbeiten, Themen sauber aufzubereiten für die Bevölkerung. Gleichzeitig aber die Bereitschaft von Seiten der Politik oder von der Wirtschaft auch mit alternativen Fakten an die Bevölkerung heranzugehen immer stärker wird. Und da sehe ich eine große Schere, die sich auftut und die wird uns in den nächsten Jahren wahrscheinlich auch noch begleiten und immer größer werden. Und das kann sehr leicht dazu führen, dass der Konsens nicht hergestellt wird, sondern in einer populistischen Ort und Weise über die Medien an uns herangetragen wird. Das ist eine sehr große Sorge, die sie mir bereitet. Die Ursache für die Schwächung der Medienlandschaften in Österreich, in Europa, auf der Welt, glaube ich, ist die Digitalisierung. Und das ist aber vielleicht etwas, was für uns eine sehr große Chance bietet, weil es gleichzeitig noch nie so einfach war, unsere Meinung kundzutun, unsere eigenen Kommunikationskanäle aufzubauen und unsere eigenen Informationen hinauszutragen in die Welt. Das ist vor 20 Jahren ohne Computer, ohne Internet noch nicht gegangen. Wir brauchen keine großen Medienkonzerne mit Druckwerken im Hintergrund. Es reicht der Computer und wir können loslegen und wir können unsere Medienlandschaft gestalten, wir können unsere Demokratie mitgestalten und wir können dann auch die Digitalisierung mitgestalten. Und da mag ich vielleicht auch in die heutige Diskussion ein bisschen einen positiven Spin reingeben. Auch wenn schlechte Entscheidungen getroffen werden durch unsere politischen Vertreter in der Demokratie, so haben wir immer nur die Möglichkeit, Gutes zu machen oder unsere Sache gut zu machen und dann darf ich vielleicht noch an den Beginn der Veranstaltung anführen, dann führen wir auch ein gutes Leben und dann gestalten wir Demokratie, Gesellschaft, Medien und unser Miteinander und ich glaube, da haben wir so viel Macht wie noch nie, wir brauchen es nur machen. Ich glaube, danke. Nina, wir müssen es nur machen, wir haben sozusagen die Tools in den sozialen Medien, du hast ja sehr viel mit dieser Frage des Gemeinguts, des sogenannten Big Data beschäftigt. Was sind da so Ansätze, die ihr auch verfolgt rund um dieses Thema? Danke, danke, also übrigens überhaupt noch mal, das mochte ich gerade sehr, eure Konsensbefürwortung und bevor ich was zu Big Data sage, wollte ich noch sagen, dass, also ich finde, das klingt ja total spannend, was ihr bei Amnesty macht und ich glaube, das, was hier glaube ich auch schon immer wieder durchgekommen ist, ist ja, Demokratie ist ja kein Prozess, es gibt keine Einmallösung, also Demokratie ist ein Prozess, es gibt keine einmalige Lösung dafür und wenn ihr jetzt ein System für eure Stimmen findet und in einem Jahr muss das wieder geändert werden, dann ist das halt so, also ich meine, ein Vorteil, also es spricht für Amnesty, wenn sowas überhaupt möglich ist. Und zu dem, was du gerade angesprochen hast, Juliane, und zu dem, was du vorhin gerade angesprochen hast mit den Medien und jetzt im digitalen Zeitalter, können wir das ja selber machen. Ich habe mich zusammen mit einer Gruppe in Berlin rund um die Berliner Gazette, die ein Online-Medium ist, haben wir uns mit diesem Thema von Big Data einige Zeit lang stark beschäftigt, weil das leider halt nicht ganz so stimmt, wie das oft dargestellt wird und das ist euch wahrscheinlich eh auch klar, dass quasi die sozialen Medien, über die wir gerade vor allem kommunizieren und die für uns eine total wichtige Infrastruktur geworden sind, auch wenn es um Demokratie geht, das ist ja auch bei den US-Wahlen ein ganz starkes Thema gewesen, wie da soziale Medien reinspielen, wie Facebook da reinspielt, aber wie auch Google und was bei Google Ergebnissen, wenn ich irgendwas frage, reinspielt und für die Zukunft oder wenn es schon geht um Demokratisierung und Alternativen, wird es auf jeden Fall, also ich glaube, das ist eine der wichtigsten politischen Fragen der nächsten Jahre auf jeden Fall, was eigentlich mit unserer digitalen Infrastruktur passiert, wem die gehört und wie man die in irgendeiner Art und Weise vergesellschaften kann oder eben zu einem Commons machen kann. Es gibt also diese eine Zahl, die wir immer wieder genannt haben, weil die so schön eindrücklich ist, Big Data wird ja gerade so gehandelt, als das ist das neue Erdöl der Welt und Google, Facebook und Internetkonzerne machen sehr viel Geld damit, dass sie das haben und die Sache ist halt, dass 80% dieser Daten, die als Big Data gehandelt werden, werden halt von uns erstellt, werden von Nutzern und Nutzerinnen, von sozialen Medien erstellt und das Verfügungsrecht über diese Daten liegt aber eben nicht bei uns, das kann von den Konzernen weitergegeben werden und deswegen ist das etwas, wenn es quasi um Alternativen und Demokratisierung geht, ist das sicher eine ganz wichtige Frage, der sich hoffentlich in Zukunft auch noch mehr Leute annehmen werden und das ist eben diese Frage, wenn wir schon wissen, wir haben ein Medienproblem und wenn wir glauben, das könnte über das Internet anders sein, dann müssen wir uns aber jetzt gerade eben anschauen, wo kommunizieren wir eigentlich gerade im Internet und wer kann das kontrollieren und wie kann das auch in Zukunft eingeschränkt werden. Ja, danke. Heinz, möchte ich noch eine kurze Antwort darauf geben und dann möchte ich euch die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen oder auch kurze Statements zu machen. Ich habe dir gedacht, das ist indiskutabel, ich stelle nur Fragen, ein paar Pflöcke kann ich glaube ich auch als menschenrechtlicher Sicht um Demokratie einschlagen. In heutiger Zeit, wer mehr Macht haben will als Einzelmensch, ist in meinem Gefühl nach zu Recht verdächtig. Wer Macht abgibt, ist auf einem richtigen Weg. Politik, das ist so das eine glaube ich sehr generelle Leitprinzip und das andere Demokratie stirbt, wenn Menschen sich einfach was einreden lassen. Lasst euch nichts einreden. Was immer es ist, für Fremde, gegen die Muhr, für die Muhr, gegen die Rosenburg-Kraftwerke, für die Rosenburg-Kraftwerke, für Samanfreiheit, für Arche Noah dagegen oder wie auch immer, bildet euch eine eigene Meinung. Meinung. Das, was wirklich unerträglich ist, ist eine Meinung, die zusammengemischt ist aus einer Facebook-Blase, irgendeinem möglicherweise sogar vielleicht objektiv- subjektiven Zeitungsartikel und irgendeiner Nachrichtensendung, wo man nicht weiß, wer sie produziert hat. Es ist enorm wichtig zu all diesen Fragen und die Zeit muss man sich nehmen, eigene wohlfundierte Ansichten zu haben, die in irgendeiner Form auf Fakten aufbauen, die ich selber für mich und du selber für dich und ihr selber für euch überprüft habt. Die Idee, dass irgendwo etwas steht, das deswegen, weil es da steht, wahr ist, hat wahrscheinlich nie gestimmt und stimmt noch nie so wenig wie heute. Und ich glaube, dass das die riesengroße Gefahr für Demokratie ist. Danke. Willi, darf ich dich um deine Unterstützung bitten? Könnte mich irgendjemand unterstützen mit dem Mikro? Ach so, da drüben. Super. Ich werde jetzt mal so drei bis vier Fragen sammeln. Wer möchte denn etwas fragen oder dazu sagen? Dann fange ich mal da mit einer Frau da hinten an. Lisa? Antworten dann bitte, es gibt noch ein zweites Drahtgebogenes. Ich habe mal eine Frage. Ich habe nur eine kurze Frage. Bei Attac Deutschland machen wir immer eine gegenderte Liste, ob ihr das auch macht. Weil bekanntermaßen Frauen manchmal ein bisschen länger brauchen, um zu Wort zu kommen und deswegen gendern wir die gerne. Ich habe deswegen gerade mit Lisa da hinten gestartet. Sogar eine junge Frau, dann gibt es auch noch eine Jugendquote. Joker. Danke. Wir machen das auch. Das ist uns überwichtig. Ja, danke für das spannende Podium. Jetzt bin ich ein bisschen überfordert, dass ich euch als erstes drankomme. Ich wollte noch ein bisschen nachdenken. Eine Sache, die mir durch den Kopf geht, wenn ich das Podium höre und auch bei der Vorbereitung auf die Sommerakademie, bei den Diskussionen zum Programm, ist, die Frage, die dann im Endeffekt hinter allem steht, wovon sprechen wir, wenn wir von Demokratie sprechen? Und meine Sorge ist, es war jetzt sehr wenig heute, aber vor allem medial, wenn von Demokratie gesprochen wird, ist ein sehr formales Verständnis davon, was Demokratie ist. Also, wenn eine Mehrheit für etwas ist, wenn 51 Prozent für etwas abstimmen würden, wenn eine Regierung etwas beschließt, die von der Mehrheit gewählt wurde, dann ist das demokratisch. Und nun ist es aber eigentlich relativ leicht einsichtig, dass man mit einer Volksabstimmung, die an sich ein demokratisches Mittel ist, etwas völlig undemokratisches beschließen könnte. Also, ich könnte eine Volksabstimmung machen, bei der dann 60 Prozent der Leute dafür stimmen, Frauen das Wahlrecht zu entziehen, was natürlich keine demokratische Angelegenheit ist. Und das führt mich dahin, dass ich denke, dass wir den Demokratiebegriff stärker über das Formale hinaus anreichern müssen, um inhaltliche Konzepte auch. Und Demokratie heißt für mich nicht nur, dass alle mitbestimmen müssen und dass die Interessen der Mehrheit sozusagen gewährt sind, sondern viel wichtiger eigentlich noch, dass die ökonomischen, die politischen, die sozialen, die kulturellen Interessen der gesamten Bevölkerung, möglichst vieler Leute umgesetzt und gewahrt sind. Und wir können sozusagen Mehrheitsentscheidungen haben, bei denen trotzdem die Interessen der Bevölkerung eben nicht gewahrt sind. Und da kommt das rein, was für mich schon spannend auch andiskutiert wurde, dass wir in ganz weiten Lebensbereichen eigentlich unsere Interessen nicht durchsetzen können. Okay, danke. Kann ich jetzt nochmal die Hände sehen? Rainer? Und nehmt euch bitte jetzt kein Beispiel an der Lisa. Versucht ein bisschen kürzer zu sein. Ich greife das vom Heinz auf, der gesagt hat, wer Macht abgibt, ist auf dem richtigen Weg und wer mehr Macht möchte, ist prinzipiell verdächtig. Als einer, der in der Politik tätig ist, gebe ich dir zu 100 Prozent recht. Das Problem dabei ist allerdings, dass sich die Vernünftigen, die sagen, ich brauche mich da jetzt gar nicht echauffieren und großartig mit einmischen, weil das habe ich gar nicht notwendig, sich zurückziehen und auf das beschränken, was Alltag ist. Und die großen Würfe machen dann die, die sich quasi in der Ellbogentechnik in der Demokratie nach oben schaufeln. Und das ist leider in unserem demokratischen System so, dass diejenigen, die halt die Mehrheit dann hinter sich schauen, weil sie ganz einfach Dinge anbieten können, die der andere nicht anbietet, ganz einfach in Listen weiter vorne stehen und dann zur Mitbestimmung eingeladen werden. Und da müssen wir ganz einfach auch aufpassen. Das, was der Heinz sagt, ist absolut richtig, aber schwierig umzusetzen. Ich glaube, dass es manchmal sehr wichtig ist, zu schauen, warum manche Leute mit jemandem ins Diskutieren kommen. Du hast es angesprochen mit den selbstverwalteten Betrieben. Ich habe manchmal den Eindruck schon gewonnen, dass es sehr wichtig ist für viele Menschen das Funktionieren anzuzweifeln. Und zwar aus dem Grund, weil sie dann einen Grund haben, nicht selber in die Gänge kommen zu müssen und vielleicht so etwas Ähnliches zu beginnen. Weil dann würden sie ja nicht in, da müssten sie aus ihrer Komfortzone herauskommen. Und das ist ganz schlecht für viele. Dann der Rudolf. Danke. Ja, ich wollte eine kurze Frage an die Dorothea und, jetzt habe ich den Vornamen vergessen, Konsens. Theoretisch, sozusagen, wahlwissenschaftlich ist es so, dass Konsens als Entsprechung auch das Veto-Recht haben. Und das ist ein Problem, wie entgeht ihr dem? Okay. Und ich habe jetzt da hinten noch eine Hand gehabt. Da mache ich jetzt mal Ausnahme. Es ist noch ein Mann, aber ich halte das für vertretbar. Ja, ich habe also auch eine Frage und zwar zum Konsens. Wir haben in Attac auch über den Konsent gesprochen. Also diese, ist schon erwähnt worden, das Gewichten des Widerstandes. Und diese Methode hat also einen großen Vorteil bei verschiedenen Alternativen, die man also vorstellen kann, dass man also dann nach dem Prinzip sehr rasch zu einem Konsent kommt. Viel schneller als durch die Diskussion mit Konsens und in keiner Weise schlechter. Das Ergebnis. Danke. Dorothea, kannst du mir da mal das Mikro geben? Ja, ich glaube, ihr habt beide da etwas zu dem Thema Konsens, Konsent, etwas zu sagen. An dich war die Frage direkt gerichtet. Vielleicht möchtest du gleich damit starten. Also es ist klar, in kleinen Gruppen kann man sehr viel leichter versuchen, nach dem Konsensprinzip zu arbeiten, als in großen. Und die absolute, wie gesagt, absolute Konsensbeispiel in Venezuela, das tatsächlich existiert, ist, dass die tatsächlich so lange diskutieren, bis der Letzte zustimmt. Das ist natürlich, dafür braucht man ganz, ganz viel Zeit und die haben wir in der Regel nicht. Bei Attac Deutschland heißt Konsens, wenn 90 Prozent mit etwas leben können. Und zwar, wir machen nämlich keine Abstimmung in der Regel, ja oder nein, sondern wir sagen, wer kann damit nicht leben? Ich kann irgendeine Kampagne bei Attac eigentlich Quatsch finden, aber wenn andere das gerne machen wollen, da ihre Energie reinstecken, sollen sie es doch machen, kann ich mit leben, ja. Das ist schon mal diese Frage, wer kann damit nicht leben, ist schon mal eine andere, ja. Und ich denke schon, dass der Konsens, wir haben bei Attac Deutschland da auch ganz oft diskutiert und es gibt immer mehr, die das eigentlich auch abschaffen wollen. Für mich ist das ganz wichtig. Wenn ich nämlich auf Konsens diskutiere, muss ich die Gemeinsamkeiten mit den anderen finden. Wenn ich auf Mehrheit diskutiere, diskutiere ich auf 50,1 Prozent, versuche die 49 runter zu machen und beginne eine Streitdiskussion und beginne nicht eine Diskussion, wo man versucht, dass man gemeinsam etwas hinbekommt. Und deswegen ist für mich die Konsensdiskussion ein viel demokratischeres Mittel, um alle mit einzubeziehen. Und nochmal, wer erkennt es wahrscheinlich auch aus eigener Erfahrung, es sind viele Gruppen kaputt gegangen daran, dass eben nur eine knappe Mehrheit was wollte und dann immer die anderen, die kommen dann einfach nicht mehr. Und dadurch werden wir nur schwächer. Moment, ich glaube Nina möchte auch noch zu dieser Debatte etwas beitragen. Ja, das würde ich sehr gerne machen. Unter anderem, weil ich mir gerade ein Fahrradkurierkollektiv anschaue. Hört ihr mich? Ich kann noch näher da rein sprechen. Das ist, also ich finde, ich schaue mir gerade ein Fahrradkurierkollektiv in Berlin an. Da ist es auch so, dass die treffen Entscheidungen im Konsens. Sie haben ein Plenum alle zwei Wochen. Da werden wichtige Entscheidungen im Konsens getroffen. Und ich glaube, eine Sache, die da ganz wichtig ist, ist halt zu wissen, dass die meisten Entscheidungen, die ein Fahrradkurierkollektiv zum Beispiel treffen muss, das sind keine Entscheidungen, wo irgendjemand fünf Stunden lang rumsitzen muss. Also das ist ja auch schon, das darf man ja nicht vergessen, Konsensentscheidungen sind, wenn Leute lange über eine Entscheidung diskutieren, dann liegt es dann meistens daran, dass diese Entscheidung so wichtig ist. Das sind existenzielle Entscheidungen für eine Gruppe oder für einen Betrieb. Und da trifft dann das, was Dorothea gerade gesagt hat, total zu. Wenn diese Gruppe weiter bestehen will, ist es wichtig, dass sie solche existenziellen Entscheidungen tatsächlich diskutieren und nicht einfach schnell mit einer Mehrheitsentscheidung abwickeln. Und was ich bei dieser Konsensgeschichte auch noch ganz wichtig finde, und das habe ich bei einer Kollektiviste aus diesem Fahrradkurierkollektiv, das war so schön, wir haben ein Interview gemacht und ich bespreche mit ihr ein Plenum, das es mal vor fünf Jahren gab, wo es eine ganz wichtige Grundsatzentscheidung gab. Und ich sage so zu ihr, wenn ihr jetzt noch einmal diese Grundsatzentscheidung hättet, da ging es darum, ob das kollektiv vergrößert wird und ob sie den Lohn anpassen, das waren wirklich existenzielle Fragen und ich frage sie so, wie würdest du dich jetzt entscheiden, wenn du wieder da wärst? Und sie sagt so zu mir, da müsste ich erst mal schauen, da müsste ich erst mal mit den anderen drüber reden, das kann ich jetzt nicht so sagen. Und das sind so Mechanismen, die Leute lernen, wenn sie länger in einer Gruppe sind, ich gehe mit einer Meinung in so ein Plenum rein, aber ich bin so offen, dass ich weiß, dass ich meine Meinung während diesem Plenum wieder ändern kann, einfach nur, weil ich den anderen Leuten zugehört habe und dabei vielleicht nochmal andere Perspektiven höre. Und das ist für Menschen, die in gut funktionierenden Kollektiven arbeiten oder aktiv sind, ist das eine Bereicherung. Da geht es nicht darum, dass ich meine eigene Position aufgebe, sondern da geht es darum, dass ich überhaupt die Möglichkeit habe, von allen anderen das auch noch zu erfahren. Und das ist aber eine Sache, die halt einfach nicht in jeder Organisation funktionieren kann. Das kann es bei einer Amnesty, also bei riesigen Organisationen wird es zu diesen Prozessen auf der Ebene wahrscheinlich nicht kommen. Aber dann kommt ja die nächste Frage, Lisa hat ja vorhin gefragt, was wir uns unter Demokratie und Demokratisierung uns vorstellen. Und eine wichtige Sache, die ich in selbstverwalteten Strukturen halt eigentlich immer habe, ist dieses Prinzip, dass alles, was dezentral entschieden werden kann, also was in einer kleinen Gruppe entschieden werden kann, wird halt auch in einer kleinen Gruppe entschieden. Das muss nicht im Plenum ausverhandelt werden. Und so kann man so kleine Schritte finden, um dann auch auf einer größeren Ebene zu Entscheidungen zu kommen, die alle tragen können. Heinz? Danke. Ich finde es super spannend. Also wir haben das auch mal ausprobiert. Auf diesen internationalen Erdachtstagen, unsere südamerikanischen Kollegen und Kolleginnen sind hingegesagt, wir wollen nicht mehr diese Panel Discussion, Voting und Tschüss, sondern wir wollen ein Palava. Das klingt für österreichische Ohren nach einer Blabla-Geschichte, hat aber ganz klare Regeln und ist großartig. Wir haben es für eine wichtige Frage dann rausgenommen. Die einzige Bedienung war, ihr dürft zuerst aufstehen, wenn ihr eine Lösung habt. Hat gedauert fünf, sechs Stunden, war die Frage allemal wert und am Schluss haben, glaube ich, schon ein paar auch mit Wund gesessenen Propos dann halt Ja gesagt, ohne super dafür zu sein, aber es war sicher eine hochqualitative Entscheidung. Ich glaube, dort, wo es seine Grenzen hat, ist, wo also mit einem Legitimen oder Illegitimen Krise passt genau zu dem, was ich sagen wollte. Wenn akkut was passiert, können wir jetzt nicht anfangen zu sagen, wie geht es euch denn damit, dass da jetzt das Wasser reinrinnt? Wer möchte gerne weiterreden? Sollten wir vielleicht, nein, die Feuerwehr rufen nicht, weil die stört die Feuerwehr. Also Ad-Hoc-Entscheidungen sind wichtig, dass die auch wer treffen darf, wenn Krise ist, wenn es eng ist. Bei uns bei Amnesty in der ganzen Medienarbeit, Medien geben dir nicht drei Tage Zeit, bis man antwortet auf eine schwierige Fragestellung. Und Medienarbeit ist für jede NGO wichtig. Das Mittel dagegen ist eine ganz starke, konsequente Kontrolle im Nachhinein, die auch sagen kann, soll ich das jetzt überhaupt nicht und dass das auch Wirkung entfalten kann. Danke für deine Frage, aber ich hatte auch das Gefühl, wenn wir nur auf Konsens setzen, so hat die Margaret Thatcher versucht, die guten Dinge der Europäischen Union kaputt zu machen. Indem sie einfach konsequent nein gesagt hat, das ist es halt auch nicht. Was aber nicht heißt, ist, dass diese Suchen nach, wer kann nicht damit leben, das finde ich eine ganz großartige Formel. Ja, danke. Ich glaube, es gibt jetzt da schon einige Leute, die sich ganz engagiert um dieses Wasserproblem kümmern, das wir gerade von der Decke haben. Was uns ermöglicht, dass wir da weiter diskutieren können. Clemens, ich würde dich nochmal bitten, möchtest du nochmal auf diese beiden Statements, die wir am Anfang hatten, also einerseits, dass es bei diesem Demokratiebegriff, wir vielleicht über das ist, die Formale, die Demokratie hinausgehen sollten oder vielleicht sogar müssen. Und das auch mit Inhalten anreichern und was das dann heißen kann, vielleicht auch in Bezug auf eure Bewegung gegen das Murkraftwerk. Und aber auch, vielleicht möchtest du auch noch einmal Bezug nehmen auf diese Machtfrage, die hier diskutiert wurde. Ja, gerne, danke. Ich gehe vielleicht als erstes auf diesen Konsens ein. Mir ist durchaus bewusst, dass ein Konsens oder das Herbeiführen eines Konsens sehr viel Energie kostet. Es kostet Energie, vertrauenswürdige Informationen zu sammeln, sie zu denken, sie zu diskutieren und zu einer Entscheidung zu kommen. Und das ist ein Prozess, den wir uns in der Demokratie aber schuldig sind. Es ist natürlich sehr viel einfacher, zur Wahlurne zu gehen, seine Stimme abzugeben und dann zu sagen, die dort oben, die werden das schon richtig entscheiden. Wir in Graz haben es aus meiner Perspektive oder aus unserer Perspektive einfach anders erlebt. Die politischen Entscheidungen sind über den Klubzwang zustande gekommen. Aus unserer Sicht haben sie die Verhältnisse in der Bevölkerung nicht widergespiegelt. Und da haben wir die Volksbefragung in diesem Punkt als bessere Lösung angesehen, um zu einem Konsens zu kommen, der zumindest über das steirische Volksrechtegesetz oder über die österreichische Verfassung legitimiert wäre. Natürlich hat die direkte Demokratie und das Herbeiführen eines Konsens auch Risiken und wir müssen uns dieser auch bewusst sein. Und gerade deswegen möchte ich an den Heinz Batzelt anschließen. Wichtig ist halt, woher kommt die Information und wie wird sie uns aufbereitet und wer finanziert sie auch letztendlich? Wer bereitet sie auf? Und das alles kostet Energie und wir können die Energie investieren und uns engagieren und versuchen, an diesen politischen Prozessen teilzuhaben. Oder wir können einfach nur passiv die Demokratie über uns gestalten lassen. Und da glaube ich einfach, es ist besser, wir engagieren uns und wir investieren die Energie, auf das wir die Diskussion führen. Oh je, ich glaube jetzt haben wir... Hat sie das unter Kontrolle oder sollen wir uns gestört fühlen? Um es noch einmal darauf anzuschließen, ich glaube, die Energie ist es wert, investiert zu werden. Wir werden die Ultima Ratio, welches ist das beste demokratische Mittel oder das beste demokratische System heute Abend wahrscheinlich leider nicht lösen können. Aber ich glaube, ein Kernaspekt einer demokratischen Entscheidung ist, dass die, die in der Demokratie leben, auch sich informieren, stark diskutieren, um dann zu einer Entscheidung zu kommen. Die Nina hat sich da bei mir nochmal angemeldet, dass sie gerne nochmal was zu diesem Demokratiebegriff sagen möchte. Genau, ich wollte noch was zum Demokratiebegriff sagen, weil wir viel auch jetzt noch über Erfolgsentscheidungen und direkte Demokratie reden. Und die Sache ist ja, die Frage ist ja auch quasi, wo ist Demokratie notwendig? Und wenn man sich diesen alten Spruch aus der Frauenbewegung nimmt, dass das Private politisch ist, dann würde ich sagen, wenn wir über Demokratisierung reden, dann müssen wir halt auch über die alltäglichen Lebenserfahrungen von Menschen reden. Und darüber, dass wenn wir eine demokratische Gesellschaft haben wollen, dann brauchen wir eine Gesellschaft, in der Menschen im Alltag, in der Schule schon, am Arbeitsplatz und auch in der Reproduktionsarbeit immer wieder sich selbst als Menschen erfahren, die zusammen mit anderen ihre Gesellschaft und ihre Welt gestalten können. Und das geht dann über die Frage, von welchen Entscheidungsmodus haben wir, geht das hinaus und dann ist das vielleicht auch gar nicht mehr so wichtig. Dorothea, du wolltest es auch noch mal. Ich wollte noch mal auf den Beitrag, der vorhin kam, zurückkommen, dass Demokratie ganz viel mit der Eigentumsfrage zu tun hat. Und deswegen, ich der Meinung bin, eine Basis einer demokratischen Gesellschaft bedeutet, dass die Gemeingüter öffentlich sind. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, denn nur dann ist überhaupt theoretisch, möchte ich mal sagen, gewährleistet, dass alle das gleiche Recht auf Wasser, auf Infrastruktur und so weiter haben. Und deswegen ist für mich ja dieser Kampf gegen die Privatisierung so wichtig, weil nämlich da genau das Gegenteil stattfindet. Da werden Gesellschaften, und ich möchte mal ganz kurz, das habe ich vorhin vergessen, weil du auch bei der ursprünglichen Frage hast gefragt, PPP und Privatisierung. PPP, Public Private Partnership, öffentlich-private Partnerschaft, ist die Privatisierung im Augenblick. Es ist vorbei, dass 100% verkauft werden, dafür ist das Risiko für die Konzerne viel zu groß, da können sie ja noch pleite gehen. Wenn aber 49,9% an die Konzerne verkauft werden und 50,1% bei der öffentlichen Hand bleiben, dann, wenn sie miese machen, landen die bei der öffentlichen Hand und wenn sie plus machen, ist das der Profit der Konzerne. Und was Besseres kann ja als Konzern, als Versicherung, als Bank und so weiter gar nicht passieren. Und deswegen ist alle Privatisierung inzwischen so. Und in Hamburg, die G20, haben gerade mit dem sogenannten Marshall-Plan oder haben noch einen anderen Namen dafür, haben sie PPP für ganz Afrika beschlossen. Sie haben beschlossen, dass sie den sogenannten armen Afrikanern, die keine Infrastruktur haben und weil sie als Staaten wegen der Schuldenbremse sich nicht weiter verschulden dürfen, dass sie privates Kapital ermuntern wollen, in Afrika zu investieren. Das ist PPP pur und deswegen ist mir das so wichtig, dass ihr das versteht und zwar wird ja der Schein erweckt, ach, die Mehrheit ist ja noch bei der öffentlichen Hand, ist ja prima, die haben ja noch was zu sagen. Das ist ein ganz großes Täuschungsmanöver, denn 100% der Geschäftsführung wird bei den Privaten bleiben. Und das heißt, dass die ganze Logik der Profitmaximierung in diese privatisierten Betriebe ist das einzige, was überhaupt noch eine Rolle spielt. Und das kann ich jetzt nicht so gut ausführen, aber ich möchte euch bitten, dass ihr euch da mehr informiert, denn dieses Täuschungsmanöver, das erzählt auch die SPD und alle möglichen Parteien und so weiter, die sagen immer, das ist ja nicht so schlimm, das ist ja nur eine Teilprivatisierung. Es ist eine Privatisierung, das heißt eine Enteignung. Und ein Punkt, den wir bei GIP jetzt zum Beispiel prüfen, das ist, und es gibt bisher kein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, unter welchen Bedingungen unsere Politiker überhaupt unser Gemeineigentum verkaufen können. Das Gemeineigentum haben die Generationen vor uns bezahlt und geschaffen und das soll jetzt an die Privaten verkauft werden und das kann einfach nicht angehen. Ja, vielen Dank, dass du es nochmal so scharf auf den Punkt bringst. Ich möchte jetzt noch eine zweite kurze Fragerunde machen. Wo ist denn mein Helfer? Da ist er ja. Er muss jetzt aufpassen, nicht zu stolpern bei der Dunkelheit. Kannst du bitte, da hinten ist eine Frage. Ich sehe leider irgendwie sehr wenig, weil ich sehr stark geblendet bin. Kontrolle über die eigenen Ressourcen. Also zum Thema Enteignung. Ich denke mir, die Privaten glauben, sie sollen enteignet werden, weil sie meinen, es wäre ihr Recht, so ein Vermögen zu haben oder eine Erbschaft ohne Steuern zu bekommen und so weiter. Also das mit der Enteignung müsste man eben ganz anders diskutieren, als es bis jetzt diskutiert wird. Und ich glaube eines, es ist sehr schwierig, wenn sogar Leute, die in den Medien arbeiten, nicht die Zeit haben, viel zu hinterfragen oder zu recherchieren. Ist es natürlich sehr schwierig für Leute, die für ihr Leben, für ihre Existenz Geld verdienen müssen, hier nach ihrer Arbeit, nach dieser 38-Stunden-Woche oder also immer am Abend, dann sich noch einmal mit problematischen Dingen zu beschäftigen, die sie ja auch schon im Beruf häufig erleben, wo sie nicht das machen können, was ihnen recht wäre, sondern einfach nur, um die Existenz finanziell zu sichern, um hier arbeiten eigentlich. Also darum denke ich mir, dass sie sich dann eben berieseln lassen oder einfach aus dem normalen Leben aussteigen wollen, aus der Realwelt, daher Spiele und so weiter betreiben. Also es ist schwierig, dann solche Menschen dazu zu bringen, noch darüber nachzudenken und zu recherchieren. Ja, danke, Olli. Darf ich die? Ja. Ich würde jetzt bitten, dass wir vor allem die Leute dran nehmen, die noch nichts gesagt haben. Ist ihr da hinten in der Dunkelheit irgendwo eine Hand? Zwei Hände? Drei? Vier? Oh, das sind viele. Ihr müsst jetzt echt schauen, dass ihr ein kurzes Statement macht oder Fragen stellt. Na gut. Was man ein bisschen vermissen tut, ist die soziale Frage, die hier nicht aufgeworfen wird. Also das heißt, wir leben zwar in einer Wohlstandsgesellschaft, so genannt, aber es gibt genug, die also die soziale Frage sehr schwierig ist und die man eher, meiner Meinung nach, fast eher den Rechten überlässt, weil die Rechten sind da jetzt im Augenblick sehr drauf auf der sozialen Frage und ich finde das also irgendwie schade, dass das irgendwie so ist. Das Zweite ist zum Barzell, also zur Amnesty, mir scheint das ein bisschen Elitendiskussion zu sein. Ja, und genau die Elitendiskussion, diese Elitendiskussion ist irgendwo, wie man sieht, mit der Trump-Diskussion etwas abgestunken. Das heißt, wir, also konkret geht es darum, das heißt, wenn die 49,9 Prozent oder 51 Prozent dafür sind, weil hier etwas nicht diskutiert wird, meiner Meinung nach, wie kommen wir, wie bestimmen wir die Themen und nicht die anderen die Themen. Das finde ich sehr wichtig. Das heißt, wie gewinnen wir sozusagen die Hegemonie über einige Fragen und lassen uns nicht das aufdrücken und kommen nur hinterher. Das wäre es. Ja, bitte, gibt es weiter? Ja, anknüpfend an dem, was eh schon mehrfach angeklungen ist, dass nur ein kleiner Teil die Frage der Entscheidungsmode ist, sondern dass es substanziell um viel mehr geht, möchte ich noch einmal zwei Aspekte ganz kurz aufgreifen und fragend ans Podium spielen. Das eine ist die Frage der Voraussetzungen, um demokratisch Teilhabe wirklich substanziell ausüben zu können, nämlich die Frage, wie viel Zeit habe ich, die Uli hat es kurz angesprochen, auch die Frage, welche Ressourcen habe ich. Und ich denke mir, es wäre wichtig und gut, wenn wir unsere Demokratiebegriffe in diese Richtungen ausweiten und noch einmal anknüpfend an dem, was die Lisa gesagt hat, ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Gedanke, nämlich nicht so stark auf den Modus der Entscheidung zu schauen oder den Prozess, sondern die Frage des Resultates. Quasi sind die Resultate, die Ergebnisse im Sinne der Mehrheit, nämlich, Entschuldigung, nicht der Mehrheit, sondern im Interesse der unterschiedlichen Gruppen in der Bevölkerung. Und ich sage nur Schlagwort Geschlechterdemokratie noch einmal, wo man mehrere Aspekte hat, die oft einerseits Beteiligung, andererseits weniger Ressourcen etc. hier querdenken muss. Und da würde ich gerne noch einmal ein bisschen das Podium pushen, hier mehr vielleicht reinzubringen, wie wir Demokratie in diese Richtung weiterdenken können. Ich glaube, ihr müsst es jetzt selbst organisieren da hinten, weil ich keine Ahnung, wer da aufzeigt. Ich möchte einmal darauf hinweisen, als Grazerin habe ich das beobachtet, das Murkraftwerkprojekt. Das war ja schon viele Jahre ein Projekt, das schon in den Schubladen gelegen ist und jetzt halt Wirklichkeit wird. Ich bin Selbstbetroffene. Ich habe gedacht, dass die Grünen mehr Engagement zeigen. Ich habe sehr lange warten müssen, bis sich Freunde von mir, die nicht der Grünen-Partei angehören, angetroffen haben, zusammengeschlossen haben und sich getroffen haben und ein Camp dort gemacht haben. Das ist auch Bürgerbeteiligung und ich fordere auch die Grünen hier auf, solange sie hier sind und auch bei ATTAC sind, dass sie sich mehr wieder diesen Themen der Grünen-Themen widmen. Das heißt Klimawandel, Wasser und nicht anderen Themen, sondern das ist ein sehr wichtiges Thema. Das ist auch in Europa ein sehr wichtiges Thema geworden. Nachdem, wenn Sie den Europarameter verfolgen, da kommt dieses Thema sehr klar zur Teutung. Ich möchte auch einmal noch vorausschicken, dass es sehr wichtig ist, Basisarbeit zu machen und ich glaube auch, die Parlamente in Europa haben bereits schon versagt, die Basisarbeit und die ernste Sorgen und Nöte der Bürger ernst zu nehmen. Und wenn wir unterwegs sind, dann muss ich schon vorausschicken, es gibt eine sehr große Anzahl an Leuten, die fett ab mit der europäischen und mit der nationalen Politik sind. Und ich kenne Herrn Professor Patzelt als Friedensaktivist sehr lange und Mitorganisator der Tonau Citykirche und vom Bundesvorstand für ARKUS Österreich. Da möchte ich noch einmal vorausschicken, als zum Abschluss, als letztes Statement dieses Abends. Engagiert euch, geht auf die Straße, das heißt die Gewerkschaft, das heißt Basisarbeit. Mir fehlt die Basisarbeit und die Leute wieder aus den Stuben herauszuholen, dass wir nicht unsere Wasser, unsere Ressourcen, die wichtigsten Ressourcen des Menschen verlieren und nicht bald das Problem wie in Afrika haben. Danke. Danke. Kann ich mal die Hände sehen, wie viele Hände da noch sind? Eins, zwei. Bitte, die Leute, die schon was gesagt haben, möchte ich ja nicht mehr dran nehmen, weil wir es einfach zeitlich nicht mehr schaffen. Ja, ich denke, ein wesentlicher Punkt angesprochen, aber noch nicht sehr lange diskutiert war, ist auch die Frage eben der Information, der eigenen Meinung bilden und der Grundlagen dafür. Und da sind wir beim Thema Öffentlichkeit, sozusagen Demokratisierung von Öffentlichkeit. Wir haben eben eine Situation, das ist schon angesprochen worden auch, wo es wirklich sehr gut steht, um die Ressourcenausstattung von Medien, wo es auch keine wirkliche Medienpolitik im Sinne, was ist eine, was sind öffentliche Medien, keine umfassende Debatte in Österreich eigentlich darüber gibt. Es gibt sogar eigentlich das Gegenteil, dass man gewinnorientiert Boulevardzeitungen fördert. Und das sind aber genau auch, ist auch neben der sozialen Frage eine ganz wesentliche Grundlage, um informierte Entscheidungen treffen zu können, die vielleicht dann auch dem vorbeugen, dass direkt demokratische Instrumente, sofern sie zur Anwendung kommen, auch missbraucht werden können. Und ich denke, diese Debatte muss man auch führen, gerade in Österreich, wo seit Jahrzehnten eine katastrophale Medienpolitik auch stattfindet. Ja, danke. Ja, wir haben das vorher in dieser Kleingruppe auch wegen der Demokratisierung besprochen. Es gibt ja jetzt, wie die Nina erzählt hat, Betriebe, die sich selbst verwalten. Aber in der normalen Arbeitswelt, zumindest in der ich unterwegs war bisher, ist das keine Frage. Also es ist immer von oben bestimmt, 200 Leute bekommen einen neuen Institutsdirektor. Es denkt niemand daran, zu fragen, welche Bedürfnisse die Mitarbeiter oder welche Anforderungen die hätten. Und ja, jetzt meine Frage an die Nina. Hast du das Gefühl, dass diese selbstverwaltenden Betriebe, dass das nach außen strahlen kann oder stagniert das? Ja, ich hätte noch so eine allgemeine Frage. Also ich komme eigentlich aus dem technischen Bereich und ich kriege das sehr oft mit, dass eben Leute glauben, dass ich sehr gut informiert bin im technischen Bereich. Ich selbst aber das eher als kritisch sehe. Und das war eben gerade der Punkt, den ich ja demokratisch aussprechen will. Wie weit sind wir da reingelesen? Wie unabhängig ist unsere Meinung? Und vor allem, woher können wir uns sicher sein, dass die anderen auch diese unabhängige Meinung haben? Weil das, was ich heute aus meinem Umfeld mitbekommen ist, sehr viel interessieren sie gar nicht dafür und wollen sich gar nicht wirklich die Zeit nehmen, sich da eine unabhängige Meinung zu bilden. Und der zweite Punkt, den ich wirklich gern beantwortet haben muss, obwohl ich eigentlich weiß, da gibt es keine drauf, wie geht man um mit Leuten, die ganz klar demokratische Grundrechte hernehmen, um die Demokratie zu zerstören? Ich meine, wir sehen das gerade mit Identitären. Was macht man mit Leuten, die das ausnutzen, um es zu zerstören einfach? Superspannende Fragen. Haben wir jetzt noch eine Hand? Weil ich möchte jetzt echt gerne das schließen. Das dürfte es gewesen sein. Okay. Ich würde euch vom Podium jetzt bitten, sozusagen in einer Abschlussrunde, es waren einige Statements, die jetzt gekommen sind, einige Fragen, dass wir auf jeden Fall schauen, dass wir die Fragen beantworten. Ihr könnt euch gerne auch auf die Statements beziehen. Ich denke mir trotzdem, es ist der Anfang von einem jetzt vier Tage Sommerakademie. Viele dieser Fragen haben wir auch noch andere Orte, wo wir es diskutieren können. Vielleicht wollt ihr auch noch ein paar Worte zu den Seminaren zum Beispiel sagen, wo ihr involviert seid und wo man das dann auch weiter diskutieren kann. Nina, möchtest du anfangen? Okay, fange ich an. Auf deine Frage, also das ist klar, in normalen Betrieben hast du oft ganz andere Strukturen und da interessiert sich vielleicht niemand dafür, was du denkst. Das ist allerdings, wenn du fragst, ob selbstverwaltete Betriebe ausstrahlen und ob sich das auswirkt, dann ist das so ein Jein. Also man weiß, dass ganz viele von den Organisationstechniken, also diese teilautonomen Gruppen, diese partizipativen Entscheidungsfindungen, die in den Alternativbetrieben in den 70ern und 80ern entwickelt worden sind, sind dann einfach direkt vom neoliberalen Management aufgegriffen worden. Das ist inzwischen schon in zwei ganz guten Büchern dokumentiert worden. Und da sieht man dann aber auch immer, weil jetzt vorhin auch schon die Frage nach Eigentum und soziale Frage gestellt worden ist, dass quasi die Art der Entscheidungsfindung natürlich nicht alleine schon ausreicht, damit irgendwas demokratisch ist, sondern in dem Fall, wenn es jetzt um die Frage von partizipativen Management geht oder so, oder im Kollektivbetrieb ist halt einfach das entscheidende Kriterium, ist die Eigentumsfrage. Es macht einfach einen großen Unterschied, ob ich einen Betrieb habe, der den Arbeiterinnen selbst gehört und die sich dann versuchen, zusammen partizipativ zu verständigen oder ob das eben ein Unternehmen ist, das nicht den Arbeiterinnen gehört und solche Strukturen einführen möchte. Und ich glaube, solange die Eigentumsfrage nicht geklärt ist, wird sich das auch nicht durchsetzen können, so grundsätzlich. Und dann wollte ich noch ganz kurz noch, weil eben auch diese Frage gekommen ist, was sind überhaupt so die Möglichkeiten von Menschen, sich irgendwie zu beteiligen im politischen Prozess, das fand ich sehr schön, das kam irgendwo aus der Richtung, aber ich sehe niemanden. Also quasi so dieses Beispiel, ich komme aus meiner scheiß Arbeit und jetzt soll ich mich am Abend auch noch mit der scheiß Politik beschäftigen. Und das ist ja auch eine total wichtige Frage und das stimmt ja auch und das haben wir jetzt hier noch nicht so stark besprochen, aber ich glaube, das ist immer wieder auch ein Attaktthema, ist halt die Frage von Arbeitszeitverkürzung, aber auch so Fragen von Vergesellschaftlichung von Wohnraum. Dorothee hat das ja auch schon angesprochen, also je weniger meine Existenz von meiner Lohnarbeit abhängig ist, desto einfacher wird es für mich, mich auch als politischer Mensch in der Gesellschaft, in der ich lebe, zu beteiligen. Danke, nur um einen Irrtum aufzuklären, glaube ich, ich habe es nicht ganz verstanden, aber weder Professor Patzelt noch je in der Tonaukirche tätig gewesen, wollte ich nochmal an das sagen. Entschuldige, keine Statements mehr, ich versuche es nur zu beantworten. Ich glaube, einen Leitsatz würde ich gerne noch produzieren, der hoffentlich auch auf einige der Fragen Bezug nimmt. Es wird immer auch dann gefährlich, wenn es ein Wir gegen die Anderen sind oder wenn irgendjemand eine Wir gegen die Anderen Situation zu erzeugen versucht. Da sollten wir genauso hellhörig werden. Und ich glaube, das ist auch im Themenbereich nicht unwesentlich. Ich verstehe es völlig, dass der eine sagt, jetzt aber bitte endlich Ressourcen und Wasser und Umwelt und unberührte Natur und der nächste jetzt endlich doch wieder Sozialstaat oder Krankenversorgung oder Altenvorsorge oder sonst wie. Und die Amnesty sagen aber jetzt Meinungsfreiheit und jetzt Asylwerber und Dings. Das funktioniert nicht. Es geht entweder alles zusammen oder es funktioniert überhaupt nicht. Das Schlimmste, was uns passieren könnte, wenn wir, die wir, glaube ich, auf der richtigen Seite des Systems stehen, anfangen und einen Themenwettkampf zu liefern. Da würde ich total davor warnen. Menschenrechte, Menschenwürde ist unteilbar und braucht alles gleichzeitig. Und wie rasch das geht, dass man dann aus einem Antivitiert wird, ist, glaube ich, sichtbar gewesen bei der Frage Mindestsicherung für Asylberechtigte. Das war ein Schlachtruf, dass man das denen wegnimmt mit abstrusen Argumenten. Was ist das Ergebnis? Mindestsicherung, die eh sehr schwach gestellt ist in Österreich, wird für alle kaputt gemacht und die Wirtschaft jubelt. Also ich glaube, solche Fehler dürfen wir nicht machen. Nachhaltigkeit, Menschenrechte, das ist ein und dasselbe Ding, nämlich Schutz der Menschenwürde und nicht gegeneinander ausspielen. Das wäre, glaube ich, das Allerwichtigste. Ich würde euch beide jetzt noch mal bitten, ob wir auf diese beiden Fragen, die jetzt noch offen sind, das eine war die, wie wir es schaffen, dass wir einerseits wieder in die Hegemonie kommen, also dass unsere Diskurse aufgegriffen werden und wir nicht reagieren müssen. Und die zweite, wie diese Grundrechte der Demokratie, wie wir uns dem entgegenstellen können, dass diese missbraucht werden durch vor allem rechte Gruppen. Vielleicht könnt ihr euch das irgendwie aufteilen. Tja, also die Frage nach der Hegemonie, da habe ich Probleme mit, weil ich eigentlich für Horizontalität bin und nicht, wenn ich dafür bin, gleichzeitig Hegemonie einfordern will. Ich verstehe die Frage aber so, dass es darum geht, dass unser Anliegen in der Öffentlichkeit mehr bekannt wird. Und das ist natürlich ein ganz wichtiges Anliegen und deswegen ist ja mehrfach das Problem der Medien angesprochen worden. Ich denke, was uns vielleicht gelingen muss, man hat sowieso jetzt nicht hier die Lösung für alles, das ist, dass wir durch Aktionen mehr Gegenöffentlichkeit herstellen. Ich muss mal sagen, als wir in diesen fünf Jahren den Volksentscheid in Berlin gemacht haben, haben die Medien uns totgeschwiegen, alle Parteien haben uns totgeschwiegen und nachher haben sie den Mund aufgemacht, als wir gewonnen haben. Das heißt, wir haben gegen diese breite öffentliche Meinung, haben wir trotzdem gewonnen, weil wir ein gutes Anliegen hatten. Das heißt, wir sind verantwortlich, auch gegen Öffentlichkeit zu machen und nicht zu sehr auf die Medien zu hoffen, von denen wir wissen, dass sie eigentlich im Wesentlichen aus einem anderen Lager stammen. Das ist das Erste. Die zweite Sache, auf die ich noch kurz eingehen wollte, das ist, hier wurde vorhin über die Enteignung gesprochen und wenn ich es akustisch richtig verstanden habe, ging es um die Enteignung der 1%, der die wirklich ganz viel haben. Aber wenn ich das Stichwort Enteignung höre, sage ich, Privatisierung ist Enteignung von uns allen, Enteignung unserer gemeinsamen Eigentums und das müssen wir mal auch viel lauter sagen. Das ist sozusagen so, ich denke, wir brauchen solche auch so ein bisschen so eine einfachen Wahrheiten, die meiner Meinung nach aber stimmen. Und ich wollte noch eine Sache sagen zu der Dame, die sagte, der Weg ist ja nicht so wichtig, das Resultat zählt. Da bin ich absolut anderer Meinung. Ich bin schon ziemlich alt und ich habe schon viel Bewegung erlebt und ich habe erlebt, wie es immer wieder gelungen ist im Kapitalismus, in dem wir nun mal leider noch leben, dass auch wenn wir was erreicht haben, es gelungen ist, es nachher wieder umzudrehen und dann mussten wir wieder von vorne anfangen. Und ich glaube, Demokratie heißt gerade, dass wir uns Gedanken machen, wie wir tagtäglich uns einbringen können und nicht sagen, jetzt ist egal, ob das demokratisch ist oder nicht, Hauptsache, ich habe nachher das und das. Das ist meiner Meinung nach kontraproduktiv. Und ich glaube, die gleiche Dame hatte davon gesprochen, wir brauchen eine andere Voraussetzung, ist Bildung, übrigens auch Gesundheit und andere Sachen. Und genau das wird im Augenblick privatisiert, mindestens in der Bundesrepublik. Ich weiß nicht, wie das hier in Österreich ist. Aber genau das, die Grundvoraussetzung unseres menschlichen Lebens, die werden verkauft und privatisiert und damit ist unsere Demokratie zu Ende. Und erlaubt mir, ich habe mir zu Hause mal einen schönen Spruch gemacht, ich bin da ein bisschen stolz drauf, den möchte ich jetzt gerade noch sagen. Und zwar, ihr kennt alle diese indianische Weisheit. Erst wenn der letzte Baum gefällt, der letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch gefangen ist, werdet ihr feststellen, dass man Geld nicht essen kann. Und ich möchte gern unseren Politikern sagen, erst wenn ihr alle öffentlichen Güter verkauft habt, werdet ihr feststellen, dass ihr euch den eigenen Ast abgesägt und die Demokratie zu Grabe getragen habt. Ich möchte vielleicht noch an den Heinz Batzelt anschließen, um auf diese Frage zurückzukommen, wie kann der Diskurs aufgegriffen werden? Ich glaube, was ganz stark rausgekommen ist, es gibt, ich glaube, was ganz stark rausgekommen ist in dieser Diskussion auch, es gibt sehr viele Themen, die unsere Gesellschaft bewegen und wo wir diese Entkoppelung zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und der Politik spüren, sei es der Umweltschutz, sei es die Menschenrechte und so weiter. Und diese Entkoppelung passiert aber nicht nur zwischen den Bürgerinnen und der Politik, sondern auch zwischen den Bürgerinnen und der Wirtschaft. Und das Einzige, wie wir diese Koppelung wiederherstellen können, aus meiner Sicht, und auch wie dieser Diskurs wieder aufgegriffen werden kann, ist, dass wir uns engagieren und dass wir versuchen, unsere Meinungen in die Diskussion einzubringen. Und wir müssen natürlich ganz stark aufpassen, auch wenn diese Diskussionen gesellschaftlich geführt werden, welche Interessen stecken dahinter, welche Interessen stecken hinter der Entkoppelung der Politik von den Bürgerinnen und Bürgern und welche Interessen stecken hinter den einzelnen Themen beziehungsweise hinter der Spreitung der Gesellschaft. Und das wird ein ganz wichtiger Beitrag sein, wie wir zu einer politischen Diskussion kommen können. Und es wird uns nichts übrig bleiben, das kostet Energie, das ist anstrengend, aber wir brauchen das Engagement, nur so können wir die Gesellschaft dann auch mitgestalten. Wir haben jetzt mal angefangen, über dieses große Thema zu diskutieren. Ich glaube, es gibt noch, es sind jetzt wahrscheinlich mehr Fragezeichen offen als zu Beginn der Debatte, aber ich glaube, das kann ganz hilfreich sein. Mir persönlich kommen auch, also mir brennen jetzt noch ganz viele Fragen auf der Zunge. Es gibt aber auch die Möglichkeit, die weiter zu diskutieren bei einem Bier oder bei einem Saft nach der Veranstaltung. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei euch vier bedanken, dass ihr teilweise auch sehr weit angereist seid, um mit uns hier zu diskutieren, dass ihr auch bei den, zum Teil die nächsten Tage noch da sein werdet, um Teil von den Seminaren und den Workshops zu sein. und würde euch bitten, dass wir euch einmal einen großen Applaus und auch euch auf dem Publikum einen großen Applaus, weil ich glaube, das waren unglaublich wichtige und tolle Beiträge, die auch ihr geleistet habt. Applaus 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 Applaus